und ich würde sagen wir legen los so wir sind am reaktorbahnhof angekommen wir geben uns jetzt schon mal nach drinnen auch hier erwarten uns wieder ein paar freunde so dann geht es hierüber bis die nächste brut kommt wir machen uns auf nach oben ihr erwartet uns auch schon unsere gruppe danach talken wir kurz mit barrett und jetzt geht es auch schon weiter richtung reaktor so die frohlich haben leider zu hause gelassen gut die kollegen sind jetzt erst mal unterwegs mit dem fahrstuhl wir warten bis er wieder runter kommt dass wir einsteigen können das dauert ja leider mal ein bisschen so der fahrstuhl sollte nun offen sein und wir können unseren freunden folgen oder gesagt unserer gruppe noch sind wir keine freunde das kommt ja noch so ab dafür wir folgen den kollegen mal die da unten sich auch schon schön hier an dem türchen am vergreifen sind da könnten wir jetzt theoretisch durch der wird schon voll genervt wir dürfen leider nicht weil wir hier noch ein paar freunde zum spielen haben wusste gar nicht dass wir eingeladen waren jetzt können auch wir endlich folgen ganz kurz hier durch hier die rampe runter und den nächsten kollegen mal hallo sagen so theoretisch könnten wir jetzt hier mit durchs tor aber leider nein das heißt wir machen uns dies törchen mal wieder auf und folgen weiter ja wir folgen der jesse so hier müssen wir kurz mit bix reden der macht uns nämlich die tür auf wo wir auch schon direkt von ein paar kollegen erwartet werden so als nächstes müssen wir mit jesse reden die wird sich jetzt gleich hier ans pult stellen so da kriegen wir gerade gesagt dass wir die codes von der splitter gruppe haben was natürlich sehr gut ist denn ohne die codes würden wir nicht weiterkommen so ein ding ist das hier lernen wir den umgang mit barrett der mal wieder überall hin zielt noch nicht da wo er hinziehen sollte so die kollegen machen wir auch noch platt und dann können wir auch sofort schon weiter genau feiern hier kriegen wir von jesse jetzt erzählt dass es hier ein paar laser gibt ja und da müssen wir jetzt auch durch ja habe die hoffnung dass wir den cycle schaffen gelegentlich hast du richtig gutes angie und kommst dadurch hier geht der firma aus jetzt können wir durch der hier braucht ein bisschen länger ja und durch sind wir ja mehr oder weniger so ein klacks war das jetzt auch nicht so den machen wir jetzt erst mal platt er hat uns jetzt ein bisschen nach hinten gefahren das ist natürlich schlecht für uns wir wären am liebsten weiter hier vorne gewesen ja dann fragt das doch auch junge nein ja immer nur blind befehlen gefolgt deswegen leben wir auch ja bist du auch wenn das schon so fragt ja vielen dank dass sie wäre ich niemals drauf gekommen die leiter zu nehmen ja in einem reaktor jetzt nicht unüblich beritner also wovon du so alles träumst mein freund so das hat relativ gut gemacht da muss ich auch noch ein bisschen rein kommen ja ich kann es auch kaum erwarten so hier haben wir einen kollegen so da wollen wir nämlich genau hier wollen wir auf jeden fall noch einen balken voll haben ansonsten klappt das nämlich nicht was ich vorhabe so wir gehen ein bisschen näher ran hauen ihm mit folger drauf so barrett du könntest mal mit dem feuerstoß da drauf hauen super nächste phase getriggert wir holen uns den boost und haben damit jetzt gleich auch beide balken voll so dass wir den jetzt endgültig platt machen können ja damit war es das jetzt auch schon jetzt rastet er komplett aus wir geben ihm noch mal mit folger einen drauf weil wir auch eigentlich voll drauf haben könnten einfach nur so da war es leider etwas zu schnell mit dem überspringen wir versuchen so schnell wie möglich abzuhauen weil wir sonst die arschkarte haben wenn ihr alles in die luft fliegt wir haben ja immer eine bombe im reaktor angebracht wer machten so was wir natürlich so hier kriegen wir noch ein bisschen gesellschaft okay barrett sieht auch nur noch die flucht nach vorne hätte uns ja mal ein bisschen helfen können der gute kollege so rauf geht's wir haben uns mal hier über dem brennenden reaktor und machen uns jetzt mit jesse auf den weg zu barrett nach oben zum ausgang des reaktors ja ja ich bin ich bin direkt hinter dir jesse mach mal keinen stress wir kriegen das schon hin so rauf da ja ist ja okay entspann dich doch schätzelein entspann dich mal genau spar den atem und konzentriere dich aufs klettern da hat's recht so ab rauf hier und raus hier zack hier haben wir wieder ein paar kollegen die uns an die wäsche wollen so weiter geht's wir sind auf dem weg hier raus naja ja das kriegen wir leider nicht hin der schiebt uns immer ein stück zurück das ist leider etwas schade ansonsten wäre das ganze auch etwas schneller okay der cycle war jetzt relativ schlecht kann also nur besser werden wir sind immer cool so vielen dank hier kommt barrett du hast ja mega drauf der der cycle ist ja mal super langsam das war jetzt extremst langsam also das habe ich auch schon schneller geschafft da wird es ja schon fast resetten egal nehmen wir erstmal mit wir machen uns mal hier raus wer hätte das kommen sehen dass jesse nochmal hinfällt niemand natürlich die gute jesse legt sich auch permanent nur auf die schnauze so für uns heißt es jetzt wir verlassen den reaktor so könntet ihr mal bitte ich würde nämlich auch gerne da raus ja dein spruch war auch nicht sehr kreativ also von daher ich bin's nicht da wie kann man denn nach joghurt stinken das ist doch eklig mhm da hat es richtig kabumm gemacht genau einfach mal im reaktor während der in die luft fliegt mal die lunchbox auspacken und was essen sehr schön was auch so in die hose geht ich mega der disrespekt eigentlich am barrett so wir können endlich nach draußen hat ja keiner mitbekommen dass wir noch was in die luft gejagt haben wie kommen wir denn auch da drauf dass das irgendeiner mitbekommen könnte ach ja ich denke schon dass unser job eigentlich quasi erledigt ist klar wir wollen natürlich jetzt auch erst mal hier abhauen so dann lass uns mal hier abbauen jesse gut jesse lässt sich da ein bisschen mehr zeit wie wir aber das ist ja auch okay da hat es ordentlich gekracht und da kracht es immer noch auch sehr schön heißt also wir machen uns jetzt hier erst mal weg noch soviel dazu der bahnhof steht schon lange nicht mehr ja hier ist also unser bester freund aufgetaucht ja best buddy aus der schule so ein ding ist das nämlich und dann wollen wir doch gucken ob wir unseren best buddy finden können um mit dem noch eine runde zu chillen ja eventuell gehen wir noch ein bierchen trinken oder gehen wir mal im sandkasten spielen irgendwie sowas naja träumen würde ich jetzt nicht sagen aber ich würde sagen du schiebst hier irgendwelche komischen filme nein das ist natürlich sephiros den wir da vorne gesehen haben und auch jetzt gleich wieder sehen werden ja und ihn werden wir im verlaufe des spiels noch sehr sehr oft sehen begegnen weniger also das auch aber sehen werden wir ihn öfter so ein cloud quält sich gerade hier durch sieht auch dinge die einfach nicht da sind so kommt noch die treppen hoch dann hast du es geschafft mein freund so und damit wäre auch das schon erledigt und wir können die seiten gasse verlassen so cloud es wäre schön wenn du genau ach jetzt jetzt moonwalkt der wieder da hoch ich weiß nicht was hier bei den treppen los ist das ist ganz ganz komisch wenn ihr euch mal anguckt wie der läuft das ist so doof so doof ist es so geil ist es auch es sind aber auch glaube ich nur die treppen bei keinen anderen ist mir das bis jetzt aufgefallen das ding hat aber richtig bumm gemacht so hier moonwalken wir jetzt nicht ganz so stark runter wobei es auch hier ein bisschen komisch ist so das leiten wir einmal kurz runter und weiter geht's ich will auch so vieles da wir nehmen einen blömen jamit weiter geht's in diese richtung die kollegen haben uns zwar gesehen aber die ignorieren wir mal ganz gekonnt so dem bowie haben wir eins auf die schnauze genauso wie dem kolleg die nächste horde kommt auch schon hier vorne so die müssten hier vorne irgendwo runter kommen ja da kommen sie denen machen wir nämlich jetzt auch mal den gar aus den kollegen so vielen dank noch wer hier ohne fahrschein da so kommt dem bevor wir da jetzt hinlaufen soll er zu uns kommen vielen dank wir wollen jetzt hier weg dazu gehen wir mal hier hoch da drüben ja ja die haben uns gesehen schießen uns jetzt noch ein bisschen ab irgendwas ist da jetzt kaputt gegangen kein plan was wir werden es aber auch nicht erfahren ist aber schön wie einige sachen kaputt gehen das ist schon ganz geil da müssen wir runter da laufe ich jetzt mal dran vorbei an dieser treppe so die wollen uns natürlich jetzt aufhalten das wollen wir aber nicht deswegen machen wir uns auch hier weiter so ich bin mir noch nicht ganz sicher was schneller ist rennen oder rollen ich glaube könnte beides relativ zügig sein so ihr kommt mit oder was das ist sehr lieb von euch dass ihr uns da unterstützt und supportet das ist ganz ganz toll ja kein durchkommen okay cool ja wie gesagt wir machen hier so einen kleinen halb marathon deswegen laufen wir auch hier so schnell durch weil das ansonsten irgendwie total lame wäre weil das ansonsten irgendwie total lame wäre und äh ja gucken wir mal was hier jetzt passiert ne so die kollegen hat es jetzt auch schon mal erledigt euch nehme ich auch direkt mit ins grab bam so äh dich machen wir auch direkt glatt easy da war es wieder etwas zu schnell so und damit sind wir auch schon hier im zug und wir nehmen den letzten zug nach hause wir quetschen uns ja auch mal mit nach vorne durch ich hoffe die bleiben jetzt nicht wieder so stehen wie das letzte mal letztes mal bin ich da nämlich nicht durchgekommen hat da ein bisschen länger gedauert nein darfst du nicht das chaos wird mich auch auf sektor sieben auswirken so wir folgen dem guten barrett mal und sprechen auch mal ganz kurz mit ihm so wir treffen uns hier vorne mit jesse die uns dann kurzerhand ein bisschen was hierzu erklärt hast du kurz nein ich hab keine zeit tut mir leid jesse das kannst du komplett knicken dafür habe ich absolut keine zeit so und damit willkommen in kapitel 3 beziehungsweise in sektor 7 wir machen uns auf zum siegten himmel und folgen dem guten barrett der eigentlich auch nur noch zu seiner tochter möchte wir schließen also hier vorne auch jetzt wieder zur gruppe auf da sind unsere freunde oder unsere gruppe so wir gehen in den siebten himmel treffen uns erstmal hier auch noch mit tiefer hallo tiefer hallo tiefer so wir reden ganz kurz mit marlene aber natürlich jeder der stirbt geht zum planeten zurück so dann schieß mal los ganz vergessen dass wir die nicht skippen können naja ziemlich chaotisch glaube ich dir tut mir echt leid dass ich dich da mit reingezogen habe zum glück ist dir nichts passiert mach dir um mich mal keine sorgen das gehört zu meinem job ok wenn du meinst kann schon verstehen dass ihr schönre hast danke so wir könnten auch gerne mal einen zahn zulegen für die anderen kann ich nicht sprechen aber ich hatte keine probleme echt dann bin ich ja beruhigt hast du dich schließlich ständig nur gezofft weiß gar nicht mehr wir doch nicht wir würden uns doch niemals mit irgendwem zoffen das einzige was wir wollen ist ein bisschen kämpfen und wollen jetzt schlafen gehen das stimmt wohl doch ich finde das so toll ich finde das so mega gut wie er einfach so sagt doch das zweite zimmer im ersten stock beziehungsweise das mittlere das weiß ich natürlich in Nummer 201 wohne ich ja schön ja ich würde auch gerne in Mainz gehen da wohnt jemand anderes darum sollten wir uns jetzt nicht kümmern ja wir wollen eher schlafen und werden in dieser wunderschönen Nacht doch etwas unsanft geweckt ja ja alles ok entspann dich ja ja alles ok entspann dich so wir haben den nächsten Tag und gucken uns jetzt mal den Alltag in den Slums an dazu gehen wir zurück zur Bar werden hier allerdings erstmal von Mahle aufgehalten ja ja wenn du nicht so viel quatschen würdest dann wäre ich ja schon lange da Mensch mal diese Mahle und da wären wir auch schon im siebten Himmel am oder am siebten Himmel eher so so wir müssen uns unser Geld natürlich selber eintreiben gehen wer hätte es gedacht das Geld kannst du direkt behalten du musst ja bestimmt noch viele Besorgungen machen danke Tifa falls das nicht reicht bekommst du den Rest später Barrett wollte auch noch was eintreiben solange ich es heute krieg kein Problem ok dann sag uns mal wo wir hin müssen erstmal zum Itemhändler mal rein spaziert wir haben alles hallo 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 Tief das ist Cloud mhm du würdest klären was Cloud na gut nein wir wollen jetzt nichts kaufen vielen Dank entspann dich tiefer mhm nur um den Preis unsere nächste Anlage Mahle du kennst sie schon mhm wir haben Mahle schon kennengelernt sehr nette Frau sehr sehr nette Frau sehr sehr nette Frau so bei der guten Mahle sollte es auch jetzt relativ zügig gehen hehehe 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 ab gehts zum Waffenhändler da der schuldet uns nämlich auch noch ein bisschen Geld mhm dann lass uns mal reingehen so so das äh ist ja gut gelaufen hehehe hehehe ja dann lass uns mal ganz kurz da hoch gehen wer in den Slums lebt sollte nicht ohne Waffe sein und dann können wir direkt mal gucken was hier vielleicht noch ansteht was wir vielleicht noch machen könnten so da sind unsere Kollegen wir wollen jetzt einen Auftrag für die Bürgerwehr erledigen also was heißt wollen genau ja ja wir bereiten uns ganz ganz gut vor ähm also absolut es wird mega krass ja Schnauze das reinste paradies für lästiges ungeziefer mhm deswegen sind auch wir hier unterwegs ne kratz da haben wir schon ein paar Kollegen die machen wir jetzt erstmal platt so vielen Dank weiter geht's mhm ganz genau so ab zu den nächsten Kollegen da sind nur ein paar Wehrraten ja ist super und dann haben wir hier hinten noch eine kleine Gruppe von Gegnern teiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken naja du musst dich auch nicht verstecken hehehe weil sie aussieht wie ein Monster oder hehehe nein Quatsch die gute Tifa sieht ja nicht aus wie ein Monster vielleicht deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden ja das weiß ich doch wir helfen der Bürger wäre ja auch gerne beziehungsweise Jesse Bix und Batch denen helfen wir doch wirklich sehr sehr gerne aber du musst auch verstehen dass wir hier ein bisschen was zu tun haben Schätzelein dieses fetter Prügel ist so geil das ist so genial wenn er das sagt so ja wir sind schon zurück jetzt bist du perfekt ausgerückt zu erstseiten wer ist das ja wir gehen ganz kurz zu Weimar um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein mhm in der Wachstube oder eher gesagt außerhalb ja so schnacken wir ganz kurz mit dem Kollegen wenn die Bezahlung du scheinst der alles klar so hier reißt es schon wenn wir mit dem guten Chatli gehen und damit hätten wir einen Auftrag erledigt und können jetzt wieder mit dem guten Weimar reden ja 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 so weiter geht's wir müssen ganz kurz warten bis alles aktualisiert ist nachgetaner Arbeit weil das Ding ist noch nicht fertig können wir schon zurück gehen eigentlich doch ja wir können schon zurück zur Bar das ist immer so ein bisschen weird ab wann du zurückgehen kannst und wann nicht das muss ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen ok gehen wir mal ganz schnell gucken so jetzt gehen wir noch dem guten Johnny helfen ja weil der sonst gleich dezent auf die Schnauze bekommt lustig wärs trotzdem aber tiefer sagt natürlich zu Recht dass wir ihm helfen das können wir sehr gerne machen ja haha alter der Typ ne der ist so durch der ist so lost gut dann wollen wir dem doch mal folgen oder denen wir verstecken uns hier dass sie uns auch auf jeden Fall nicht sehen ja ja ist klar alter alter ja lass uns den mal gerade da rausholen lass uns den guten Johnny mal da rausholen so dann hauen wir die direkt mal hier um die Kollegen so wunderbar dann gehen wir den guten Johnny mal losbinden ja dann mal zurück zur Bar tiefer dann wollen wir doch mal gucken was da so geht bei dir an der Bar ja hoffentlich sag dich lieber was ist ich weiß nicht inwiefern deine Augen zum Beispiel das kommt von mal willst du zum Laden zurück ja wir gehen zum Laden zurück was denn auch sonst liebe tiefer was sollen wir denn auch sonst machen wir wollen das Ding hier so schnell wie möglich beenden genau ja die CDs muss ich auch noch holen gehen habe ich gesehen ja alles gut machen wir auch noch da wären wir naja freu dich wie wärs zu entspricht ja komm wir gehen erstmal einen saufen verstehe willst du dich nein wir wollen uns nicht mehr in der Stadt umsehen wir wollen in die Bar und wollen uns einen saufen so wir gehen uns ein bisschen die Zeit vertreiben so dazu können wir ein bisschen Dart spielen und ähm ich muss sagen das war ein super tolles Dart Spiel dann warte ich mal genau und dann warten wir jetzt darauf dass die Lagebesprechung ähm beginnt beziehungsweise zu Ende ist oder was auch immer auf jeden Fall warten wir auf tiefer hier können wir dann auch direkt schon wieder überspringen so wir machen uns ab wir sind fertig hier wir haben hier quasi erstmal nichts mehr zu tun dann gehen wir mal gucken was die wollen so die wollen jetzt mit uns eine Runde zocken gehen oder sowas die wollen ein bisschen chillen also ein bisschen rumhängen Bierschen trinken dies das was man halt so macht mit Freunden die man nicht kennt und ähm genau ihr seht ja schon das sind ganz ganz nette Menschen die sind ganz ganz nett das sind halt Assis wie sie im Buche stehen ne so ein Ding ist das auf dem Wahlmarkt laufen die Dinge ein bisschen anders oder was? sieh dich besser vor die Typen arbeiten nicht für irgendwen ja alles gut das sind ganz nette Menschen ja guck mal die haben auch einen Chocobo auf dem Rücken das müssen super liebe Typen sein andersher kann ich mir das gar nicht vorstellen so wir gehen mal ganz kurz hier rein und dann wollen wir uns doch mal ganz nett mit den Kollegen hier unterhalten hey hier wird nicht getreten so wunderbar ähm jo denen war irgendwie langweilig sie sind eingeschlafen ganz komisch gelaufen ja das äh das finde ich auch ne jetzt einfach erstmal ins Bett schmeißen Hunde pennen und dann machen wir morgen früh einfach weiter ja Schwein wie gesagt die anderen Kollegen wie gesagt die sind auch gerade schon schlafen gegangen ja die zelten heute ein bisschen im Freien wir allerdings schlafen in unserem Bett wie ich das sehe sind wir vom Morgengrauen wohl nicht wieder hier also packen bist du bereit? aber natürlich bin ich bereit bist du bereit? ok komm gegen Abend zum Bahnhof ich zähle auf uns wir zählen oder ich zähle auf dich so das müssen wir nicht machen auch wenn es geile Musik ist aber wie gesagt das ähm muss jetzt nicht sein dass wir das machen unser Moped lassen wir mal hier stehen und gehen mit den anderen Kollegen ja ein bisschen wandern ja hier ähm gehen wir eine Treppe hoch und ja jetzt gleich ist sie wieder äh ganz lustig die gute Jessie haut jetzt mega den fetten Joke raus hab ich schon mal gesagt dass Leute hast du die quer irgendwo drüber latschen mhm ist ein mega krasser Zaubertrick es nennt sich Schalter Le Schalter ja das ist äh genau mega super Zaubertrick noch nie sowas krasses gesehen und wir gehen zu Jessie nach Hause dieses eine obligatorische Auto was da her fährt ist auch total geil so da vorne auf der Ecke ist schon Jesses Haus oder Jesses Elternhaus und genau hier möchten wir auch hin seht mal das Licht brennt jeden Abend für den seltenen Fall dass ich meine Eltern besuchen komme Mutter ist eine Spießbürgerin wie sie in Buche steht ob sie wohl Pizza parat hat eine Midgar Spezial macht uns immer was zu essen eine Midgar Spezial hätte ich jetzt auch gerne ja 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 ich bleib hier stehen ja ich bleib hier stehen ja geht klar eigentlich echt schade dass du nichts von der Midgar Spezial abbekommst mhm so da geht's da geht's in die Sequenz und wir schleichen uns hinten in die Bude rein ja mach doch mehr Krach Katze hauptsache wir werden erwischt ne du kriegst ja keinen Ärger hallo lass doch die Sachen da stehen blödes Kätzchen warum liegt da oben eigentlich ein Scooter rum und warum können wir den nicht nehmen zum fahren so wir geben dem Vater heute keinen High Five der Bro pennt auch den ganzen Tag nur der hat einfach nur keine Bock mehr auf seine Frau deswegen weißt du so vielen Dank nichts für ungut ja nichts für ungut alter der Typ ist halb tot und du klaust jemand für seine Sachen was ist los mit dir Mitarbeiterausweis sehr gut wir verlassen das Gebäude wieder durch die Tür, durch die wir auch reingekommen sind jo Physix diese Physix hier in dem Game ja noch mehr Krach kannst du halt nicht machen weißt du wie ich mein alter das ist so geil das wäre erledigt genau wunderbar so dadurch dass das ja jetzt erledigt ist können wir auch endlich weitermachen er leidet an der Marko Vergiftung das ist genau passiert als Jesse am Theater im Goldsauce ach interessiert dich sicher nicht doch red bitte weiter Jesse wollte schon immer Schauspielerin werden hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet und endlich eine Hauptrolle bekommen ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie aber dann kurz vor der Uraufführung ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen Überarbeitung er fiel in der entlegenen Ecke einfach um und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Marko-Lache das ist natürlich super war es schon zu spät seitdem liegt er im Koma danach hat Jesse angefangen sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen und hat sich Avalanche angeschlossen Jesse glaubt fest daran dass die Seele ihres Vaters über das Marko im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert darum will sie die Reaktoren zerstören um die Seele ihres Vaters im Marko zu schützen findest du das komisch? im Gegenteil endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen verstehe wie halt direkt getriggert ist gell der Bixi Junge steht halt mega hart auf Jesse da kannst du mir erzählen was du willst im Marko dahin oh äh wenn du wüsst dass ich glücks ach Klaus auf geht's hm am Ende der Mission treffen wir uns alle hier müssen wir warten bis Jesse uns das bis wir ein Zeichen bekommen da war das Zeichen da ist der Platz und dahinter ist die Lagerhalle Jesse wird sich irgendwo von hinten an sie heranschleichen wir müssen warten ich mach das alles wir helfen auf eure Fahrt bereite dich gut wenn du noch was brauchst guck mal am Automaten da drüben ne wir haben alles da kannst du dich austoben wenn du trainieren willst ja klar ich will jetzt unbedingt trainieren auf jeden Fall so wir können kämpfen das war Jessys Signal das heißt sie hat nen Weg rein gefunden hm und das heißt wir nehmen auch nen Weg nach drinnen und zwar den ähm guten alten Vordereingang und dann wollen wir uns doch hier durchschnetzeln äh ja wär auch zu einfach den Gegner anzuvisieren der als nächstes steht Wunderbar da hinten haben wir auch noch wen ohne Fahrschein so jetzt ihr beide noch wunderbar so da laufe ich jetzt aber nicht hin denn wir ein bisschen zu weit weg der Kollege so wunderbar WTF? was war denn jetzt mit ihm da los? alter so das Ding ist da einfach mal gerade runter gefallen sehr schön hm da kommen noch ein paar Raketen jo genau reingelaufen sehr schön aha ja ich bin bereit Granate was ist denn mit ihm los? was ne Zicke der Typ hm so jetzt haben wir hier ein paar wowows oder ja genau die wowows kommen als erstes das ist wunderbar so die sind ganz schön nervig diese Drecksviecher aber ja das war ein relativ guter Cycle würde ich mal behaupten so hier können wir definitiv mit Blitzgar auf alle was ausrichten wunderbar das ist schon mal sehr schön da ist der gute Locke der uns sehr sehr gerne mag dem ähm ja so viel dazu willkommen in Phase 2 ich bring dich mal zum Zittern alter was los mit dir ok damit haben wir Locke auch schon erledigt wunderbar so wir machen uns mal nach draußen er hat's nicht gern wenn man sich seinetwegen Umstände macht wieso das denn? das kann jemand wie du nicht verstehen aber ich sag ihm dass du dich um ihn gesorgt hast sehr schön vielen Dank Chor A hält die Ausschau nach den Verdäckigen Chor B übernimmt die Strafensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern ja so weiter geht's wir folgen der guten Jessie und machen uns hier mal weg wir absolut nichts für mich ich sag's euch jetzt schon das wäre absolut nichts für mich was da jetzt gleich kommt da äh nö schon komisch dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche Gruppe gerannt sind hm hm bin ich ja froh dass wir mit der alten Gruppe nichts mehr zu tun haben wenn es da immer nur Probleme gibt so wir machen uns mit denen hier mal hier weg das will ich gar nicht sehen hm 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 Klaut meinte nur er hätte auch gern Pizza gegessen definitiv also Pizza da kann man einfach nicht nein sagen ne so ein Ding ist das nicht bei einer Mitgau Spezial wird jeder schwach definitiv na dann muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und Teig kneten hm und das nur für uns hm hm so damit sollten wir jetzt auch schon in Kapitel 5 sein oder ja jetzt geht's schon mal nach Kapitel 5 das ist schon mal wunderbar hm ah noch nicht gleich erst hm gleich geht's erst in Kapitel 5 ja dann lass uns mal schnell vorbeigehen so der gute Shetley steht da auch immer rum Tag und Nacht wartet nur auf uns die neusten Zahlen für die erlegten Bestien hier wohnt Bigs sieht so aus wahrscheinlich also hätte ich nicht gedacht mach mir etwas äh ah egal so weiter geht's genau wir müssen uns ganz gut merken wo Jessie wohnt aus Gründen hm in diesem Wohnheim aha sie wohnt mit Angst sicher nicht die anderen fliegt die Sachen niemals komm bloß was soll das heißen hm hm hab dich auch lieb mein Freund hab dich auch lieb so hier ist der gute Wedge daheim und wir machen uns jetzt auch mal auf ok wir gehen erstmal ganz kurz bei Jessie vorbei warum auch nicht wie gute Jessie man muss sie einfach lieb haben jetzt wollen wir aber auch erstmal ins ähm haja Bubu Bett so dazu gehen wir hier hoch und dann einmal hier rum und ruhen uns mal bis zum nächsten Tag aus de 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 so der nächste Tag ist angebrochen neuer Versuch wunderbar das funktioniert ja super unnötige Kreaturen mehr kann ich dir leider auch nicht sagen nicht mein Soldat weiß was über dich nein wir wissen leider nichts darüber ich weiß nur dass wir hier durch wollen und die uns hier nicht ganz so einfach durchlassen so ein bisschen ne leider ist das kein Alptraum tiefer ich bleib nicht hinter dir na komm rein da so die sind jetzt auch froh dass wir da sind so er ist jetzt schon mal schockanfällig das heißt wir machen ihn jetzt erstmal platt so den mussten wir jetzt nur erledigen dann geht es nämlich direkt weiter im Text und wir machen uns auf den Weg zur nächsten Mission dann mal let's go wir laufen zurück zum Bahnhof und machen uns dann auf den Weg zum nächsten Reaktor liebe Freunde hier geht's durch und dann sind wir auch direkt schon beim Bahnhof da ist auch Chetley wieder oder Chetleys Zwillingsbruder man weiß es nie so richtig ja wir sind auf jeden Fall bereit und können also auch mit dem Zug losfahren da ist die gute tiefer wir wir passieren in Kürze einen ID Kontrollpunkt das ist der erste warum so besorgt irgendwas lässt mir keine Ruhe ich weiß auch nicht warum hey Grizzly wie geht's dir? haha danke ich wünsch dir auch einen schönen Abend äh gut viel gespoilert wird hier nicht hier wird nur durchgerannt ups das ähm dann hoffe ich mal dass du doch relativ zügig mit dem Spiel durchkommst vermiss dich hier schon ein bisschen so wir talk mal ganz kurz mit dem Barrett so die könnten wir jetzt mitnehmen können wir auch da liegen lassen wir wollen nämlich einfach nur weiter scheiße wir wollten zu tiefer zurück verdammt das ist jetzt schlecht da bin ich in die Falschrichtung gelaufen hi Barrett warum können wir nicht alleine fahren der Typ so tiefer sitzt natürlich ganz ganz hinten ein außerplan mäßiger ID Scan das ist ja nicht so doll unbestätigte IDs oh mein Gott wie konnte das denn nur passieren so ok damit sollten alle Drohnen down sein ok jetzt benutzt die Tür hier läuft ja schon richtig super daran da läuft ja schon richtig richtig gut hier geht es ja schon relativ super los ähm vielen Dank und ab dafür hm weiter geht's wir folgen der Bahnschiene hier vielen Dank übrigens dass du gerade mit mir gesprungen bist ja klar mit wem denn auch sonst mit wem sollten wir denn auch sonst springen wenn nicht mit dir mit Barrett mit Sicherheit nicht Junge der hätte uns platt gemacht er wäre mir platt wie eine Flunder gewesen da sind sie wir haben die Leute mit den falschen ID erbitten zu stärken so das waren die Gardisten und wir können uns so langsam weitermachen hier sollten wir glaube ich eher rechts her laufen dann können wir schneller da hinten hoch Gerrit sehen wir ja trotzdem von hier aus wunderbar ja alles gut wir müssen eh die Treppe nehmen die jetzt hier auf der rechten Seite ist so zack zack wir gehen hier hoch Alter Barrett schon wieder voll am durchdrehen Alter Barrett schon wieder voll am durchdrehen so Barrett Hätte da jetzt auch mal ein bisschen was raushauen dürfen jetzt habe ich ja das an so wunderbar da 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 ok wir sammeln uns jetzt erstmal hier und schauen mal ok wir machen uns weiter wir müssen jetzt erstmal Stamps suchen und zwar den Shinra Köter das Barrett mag ihn ja nicht ganz so hier dafür umso mehr ja alles gut die Schnauze des Köters zeigt in Richtung von Reaktor 5 und achtet auf die Signale nur Streckenabschnitte mit blauen Lichtern zu sichern mhm genau so dann werden sie bezahlen dich übernehmen so der gute Barrett kann die Dinger da auch schon mal kaputt schießen das ist eine sehr gute Hilfe hier gehts weiter Bix ist schon oben eigentlich sollte Jesse ihm ja helfen ich hoffe er kommt alleine klar ja mit Sicherheit mach dir da mal keine Gedanken Barrett so wunderbar also mit Barrett haben wir eigentlich sehr sehr gutes Glück dadurch dass wir dann halt mit ihm diesen fetten Schuss machen können das hilft teilweise wirklich wirklich sehr auch wenn es nicht immer so geil läuft aber ohne das werden wir teilweise öfter schon aufgeschmissen oder auch später genau und das heißt in die Gestaltung laufen wir auch in die Stamp zeigt und zwar hier hoch bis wir wieder angegriffen werden so so vielen Dank weiter gehts hier unten erwarten uns auch wieder ganz komische Viecher und es fliegen wieder Sachen durch die Gegend da muss ich mir echt mal angucken dass ich das mal irgendwie keine Ahnung das muss man mal alles rausholen und zusammenschneiden wie oft hier irgendwas durch die Gegend fliegt das ist ja mega das ist so geil so ab nach oben dann machen wir da die Viecher noch platt ich bin bereit ja da war unser Schwert zu kurz schade vor allem Training du kannst mich mal tiefer das war doch kein Training mhm 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 das ist so geil so lassen wir das Vieh einmal schön ordentlich explodieren mhm mhm definitiv hier wäre ich aber auch raus gerade Spinnenweben und so ein Kramsjunger bläh gepackt mega eklig mhm noch ein Stamp ist aber jetzt sind erst mal wir zurück so das sollte es schon gewesen sein nein jetzt bin ich falsch gelaufen das passiert mir auch so was von jedes mal da geht es raus jedes mal laufe ich hier falsch das kannst du dir nicht vorstellen ganz in der nähe von uns wir laufen jetzt erst mal da hinten runter definitiv allerdings können wir uns gleich schon mal bereit machen auf dinge entspann dich barrett alles ist gut alles ist gut mein großer definitiv so wir laufen direkt hier hinter den container ja alles gut ja dann räumen wir mal auf oder ja alles gut so der wird keiner zu machen sich gas geben so damit wäre das ding auch schon mal kaputt was anderes bleibt uns ja nicht übrig so lange genug pläne haben ist alles gut das ist auch so toll so da sind wir sogar schon vorbei hat sogar gar keiner mitbekommen ah hier wird schön hier wird richtig schön komm guck mal ja ja hier kommen wir mal gucken hier oh was ist das denn oh ja schön da wollen wir doch hin vielleicht hier so hier geht es jetzt erst mal so richtig los ja erst mal damage anbringen das sollen wir erst mal tun so ein ding ist das oh oh jetzt gleich macht's badabum so wir gehen da noch mal ran und hauen da auch noch mal richtig rein nein das war's noch nicht barrett da müssen wir leider noch ein bisschen was machen aber lass uns das mal erledigen und dann läuft das schon in der zeit wo wir auf folge erwarten können wir das schon mal machen so da ist der kremator schon mal kaputt wunderbar und wir können weiter wie er sich da durchzwängen muss der arme der arme barrett ist ja auch nicht gerade der schlankeste unser muskelprotz das ist eine wunderbare frage mehr oder weniger würde ich behaupten ja unser aufzug wunderbar unser super toller aufzug der uns nämlich ins nächste kapitel bringt so hier haben wir jetzt so einiges zu tun über den dächern der slums so nenne ich es mal als erstes sollten wir hier tunlichst nicht runterfallen und auch nicht unbedingt runtergucken so hier sieht es halt also sieht hier schon geil aus ne es ist schon cool gemacht ein bisschen verwinkelt aber das kriegen wir auch noch hin so dann machen wir mal hier die türe auf nicht nein ja ich kaputt dann gucken wir uns jetzt erstmal den kontrollraum an um zu gucken was da los ist mit der stromversorgung und ob wir da vielleicht was fixen können ja irgendwer sollte die anlage wohl warten oder irgendwie sowas das hoffe ich auch aber ich habe da so meine zweifel okay okay heißt wir müssen die sonnen abschalten die künstlichen sonnen der slums heißt wir müssen jetzt erstmal ein paar lichtschalter suchen und die ausknipsen und das machen wir jetzt auch das muss auch verdammt heiß sein eigentlich hier wobei so strahler ich weiß nicht ob die auch hier heiß sind aber ich meine guck dir das an wie das da am leuchten ist das ist nicht gerade wenig energie die da durchgeht ne da ist schon ordentlich dampf dahinter genauso wie hinter diesem wunderschönen png da auf dem boden ich musste halt immer los haten geht nicht anders sorry okay hier haben wir jetzt ein bisschen was zu tun hier haben wir nämlich auch wieder so ein paar äh miscfiecher ja nein wir wollen natürlich direkt hier weiter dann einmal hier rum ich auch nicht und wir sollten uns hier auch nicht beschweren so wir gehen uns jetzt als erstes mal einen kleinen überblick verschaffen genau verschaffen uns doch dazu erstmal ein überblick so wir wollen nachher ja genau die wunderbar wir haben diesmal keine blubber blasen bekommen das ist schon mal sehr schön ohne blubber blasen ist das leben doch viel leichter so wir wollen dazu gehen wir hier einmal runter und laufen hier einmal quer längs und dann sollten wir gleich mal aufpassen dass wir da nicht runter geblasen werden ja könnte klappen leider doch mein freund so ich habe höhen angst ich wäre hier halt schon komplett raus und würde mich hier gar nicht rein bewegen so ein ding ist das jaja dir nach wir sind immer vorsichtig tiefer was denkst du denn wir sind immer super duper mega vorsichtig als könnten wir jemals unvorsichtig sein okay der ist zum glück aus beziehungsweise dreht nur auf fast gar nicht so so da haben wir die lüfter schon überwunden und können uns hier nach unten machen mhm und wenn wir glück haben erreichen wir sogar eine der ersten sonnen gleich ist aber auch schön ja du musst alles halt oben befestigen den ganzen klimbim den du hier dranhängst muss alles oben dranhängen ohne ohne zu fallen so dann wollen wir uns doch mal angucken ob das ganze ding hier funktioniert wahrscheinlich auch eher nicht so genau definitiv da hat der wird leider recht aber hier haben wir auch schon unsere erste sonne genau knipsen wir den kollegen unter uns mal das licht aus damit wäre sonne 1 ausgeschaltet weiter geht es zur sonne 2 so genau das ding ist nämlich jetzt wieder aktiv oder auch nicht so einfach kann es gehen liebe freunde ja definitiv so unsere seepferd müssen wir auch noch kaputt machen wunderbar und wir laufen in richtung des zweiten strahler den wir hier vorne schon finden dann können wir den nämlich auch direkt mal ausschalten es wird immer dunkler in den slums das ist aber halt auch keiner was sagt und das halt hier auch keiner kommt um uns aufzuhalten auch schön nein ja sehr gerne wir fahren jetzt einmal rüber und dann fahren wir jetzt gleich mit dem aufzug auf die andere seite wieder um zur dritten sonne zu gelangen ja ich glaube hier könnten wir sogar relativ brauchen wir gar nichts zu machen kommen wir sind auf der flug die broma gar nicht mitzunehmen selbst auf dem rückweg kann man mit denen nichts mehr zu tun definitiv natürlich macht er sich sorgen wer würde das denn nicht tun wir müssen die stäge so platzieren dass wir zum strahler kommen und genau das machen wir doch schon barrett du bist halt so ein richtiger fuchs hier können wir auch dann die dritte sonne ausschalten wunderbar sonne nummer drei wäre somit auch erledigt und zack aus damit hier machen wir uns jetzt in ruhe wieder zurück nein jesse wird es schon gut gehen genau so hier geht es zurück auf in den ja fahrstuhl oder was auch immer und dann können wir da vorne mit dem nächsten schon fahren so das heißt wir öffnen den lift einmal so dann lasst uns mal schnell in den lift und dann ab in den ja in die nächste hey goku black wie geht es dir wünscht dir einen schönen abend also ab geht es ins nächste kapitel passt also müssten uns gerade noch mit wix treffen und dann geht's los so Alter, der gute Barrett. So, wir kümmern uns schon mal da hinten um den Krims-Krams. Das können wir hier mit Blitzmagie machen, in der Hoffnung, dass beides kaputt geht. Ja, alles gut, Goku. Alles gut. Gar kein Stress. Ach, kratsch, kratsch. Gar kein Stress. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der Run heute Abend komplett durchläuft. Das müssen wir mal noch gucken. Sowieso noch ein bisschen üben, weil es könnte halt echt ein bisschen hart spät werden. Muss ich mal gucken. Wurde aber auch nicht der letzte sein. Die Skips muss ich noch üben für die Kapitel. Das wird sowieso noch einiges Zeit in Anspruch nehmen. Ach, Quatsch. Ich bin noch niemandem böse. Jeder, wie er Zeit hat. Immer easy. So, diesmal vergesse ich die Leiter hier nicht. So, ab dafür. Zack, zack. Hier ist auch eine der besten Szenen, wo er eben quasi das Schwert erstmal an den Hals hält. So, damit wären wir schon in Kapitel 7. Das gefällt mir ganz gut. Weil hier können wir nämlich schon mal ordentlich Gas geben. Hier können wir ein bisschen kämpfen. So ein bisschen richtig kämpfen. Das gefällt mir relativ gut. So, kurz anträgern. Hier können wir runterrutschen. Wie im Original-Game. Und rüber hier. Der gute Barrett. Das ist schon cool. Oh, oh. Was könnte das denn sein? Wahrscheinlich schon. Was meinst du mit, warum den Speedrun? Einfach so. Mal gucken, was halt so geht. Wir mal gucken, wie es läuft. Da hast du einfach mal ein bisschen Lust drauf. Weißt du nicht, ob ich schon heute ganz durchziehen kann. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal erörtern, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Alles gut. So, Berrett, mach du mal den hier. Dann können wir jetzt schon mal hier hingehen. Ich liebe es, wenn er das Outro macht. Das ist immer so genial. Ich dachte, du wolltest ja die Laserverstärkung vorknüpfen, Barrett. So, vielen Dank. Ja, auf Barrett ist manchmal nicht ganz so viel Verlass, muss man leider sagen. Aber er tut ja sein Bestes. Nope. So, wir haben uns wieder einen Film geschoben. Cloud hat wahrscheinlich zu viel Zeug eingeschmissen oder so. Zu viel Materia benutzt. Na komm, let's go. Zumindest ist das der Plan, mein Gutster. Zumindest ist das dein Plan. Oh, oh. Und da macht sich die Leiter leider selbstständig. Okay, wir machen uns hier weg. Wir kommen jetzt in den ersten wichtigen Raum. Ups. So, die Kollegen müssen wir jetzt erstmal erledigen, die sich hier im Raum aufhalten. So, das waren schon mal alle. Genau, als erstes gehen wir hier dran. Dann schicken wir eine Sache weg und nehmen die anderen Schlüsselkarten alle mit. Ja, 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 genau das Ding meinen wir. So, wir nutzen die Schlüsselkarte. Das kann halt einfach mal nichts schaden. Ich glaube, wir müssen die sogar benutzen, die erste. Müssen wir machen. Tiefer ist immer Verlass. Das, äh, ja. Tiefer kann ja auch eigentlich was. Ne? Die ist ja nicht so, äh. Ja, wobei. Dann eher Barrett. Der trifft halt ein bisschen mehr auf Distanz. Jetzt erst recht. Yo, Barrett, äh, es wäre schön, wenn du erstmal da hinten die Kollegen erledigen könntest. Dann müssen wir nämlich nicht da hinten rüberlaufen. Ja, tiefer ist cool. Definitiv. Ne, die haben sie auch gut umgesetzt hier in dem Game. Also ich bin ja auch froh, dass sie das Gesicht von Aerys geändert haben. Nicht so, was sie da zuerst nehmen wollten. Und dieses Katzengesicht. So, den Kollegen haben wir auch erledigt. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen, wir wollen einfach nur durchkommen. So, Audio ist aus, Barrett. Audio ist aus. So, wen haben wir denn hier? Okay, ab dafür. Ah, der ist schon down. Sehr gut. Und weiter geht's. Hey. Wie er halt so gar nicht down gehen wollte, der Kollege. Okay, das war's. Ja, perfekt. Weiter geht's. So, let's go. Barretts Lache einfach geil. Barretts Lache ist einfach so genial. Dem kannst du halt auch nie böse sein, weißt du, wie ich meine. So, hier haben wir schon den nächsten Raum. Ja, alles gut. Alles gut. Habe ich schon, äh, habe ich schon verstanden. Alles gut. Ja, wäre doch eigentlich echt voll cool. Ich stelle vor, läuft den auf einmal so über den Weg. Irgend so ein Typ mit so einem Riesenschwert am Kreuz, Junge. Und, äh, ein Typ mit so einer fetten Knarre als Arm. Das wäre schon mies geil. Muss man halt schon sagen, ne? Gut, ich würde mir aber auch mies in die Hose machen. So. Ab da dafür. So, hier an das Terminal wollen wir. Jetzt zeigt sich, ob unsere Aktionen erfolgt war. Blechklapp. Wir betreten den letzten Raum, quasi. So, hier haben wir nochmal ein paar Kollegen. Da müssen wir nochmal hinter ihn. Wunderbar. Ihn machen wir jetzt auch noch platt. So, hier knüppeln wir jetzt einfach mal ein bisschen drauf rum, bis er umfällt. Dauert bei ihm immer ja ein bisschen. So, wir schauen uns ganz kurz das Terminal hier an. So, mehr oder weniger eine Sackgasse. Nö. Hm, da ist was und da kommt was. So. Damit ist das Ding auch schon erledigt. Wunderbar. Das hoffst du, Barrett. Das hoffst du. Ich, äh, hätte da ein bisschen Schiss vor diesem fetten Airbuster. Ich, äh, hätte da schon ein bisschen Angst vor diesem Riesenteil. Wir werden den Leuten eine Show bieten, die sie ihr Leben lang nicht vergessen. Nur mach hier schon mal deine Bolzenblashtlots. Genau, mit Avalanche ist nicht zu spaßen. Damit sind wir aber auch nicht. Nur, das, äh, vergessen die auch mal ganz gerne. Okay, hier lernen wir jetzt, dass wir erstmal nicht weiterkommen. Ja, können wir. Können wir aufmachen. So, hier das Ganze erkläre ich auch nochmal, woran ihr erkennt, dass es, äh, man hier drücken müsst spätestens. So, ab dafür. Wie lässt sich denkbar ein, man muss nur die... Ich nehme die... Und ich stehe hier. Bleib noch der da für dich. Genau. Die Notfallsperre ist momentan aktiv. Wir müssen die Hebel also gleichzeitig umlegen. Ja, genau das. Okay, alle auf mein Kommando. Überlass das mal tiefer. Was soll das heißen? Na, na, wer wird denn hier streiten? So, ihr müsst dann drücken, wenn sich ihre Hände bewegen. So, easy. Die Notfallsperre wurde aufgehoben. Alles gut, alles gut. Ja, schreibt Fehler. Wir kicken oft einmal rein, vor allem bei der Autokorrektur am Handy. Na, so ein Ding ist das. Äh, wir nehmen das ganz kurz mit. Kann nicht schaden, genug MP zu haben, für den Fall der Fälle, dass was schief geht. Oh, das dauert aber halt immer so lange, ne? Heute ist nicht dein Tag. Ja, kenn ich. Das, äh, kommt ab und zu mal vor. Einfach entspannt zurücklegen, Stream genießen. Einfach ein bisschen chillen, dann passt das schon. Dann, äh, sollst du mal sehen, dann kann der Tag nur noch besser werden. So, wir stehen also dem Airbuster gegenüber. Ja, da war ein abgegrüßt, aber nicht so schlimm. Jetzt holen wir uns hier mal ein paar ATB-Punkte zurück. Nein, ich glaube nicht, dass der uns so abtreffen wird. Das glaube ich nicht. Und aus der Phase holen wir den auch ganz schnell wieder raus. Da kannst du aber sicher sein, mein Freund. So, hier kann man auch nochmal mit Volga. Volga, auch nochmal. Wunderbar. Und wir auch nochmal. Ich sage, welche Vorbereiche hätte ich dich kennen? Ja, ja, wunderbar. Ja, ja, du musst jetzt gleich erstmal von deinem Airbuster-Abtät nehmen. So, den Airbuster hat es nämlich jetzt erstmal zerlegt. Und herzlich willkommen in Kapitel 8. So ein Ding ist das nämlich. So, Kapitel 8 beginnt auch wundervoll. Also, ich glaube, das war ein beschissener Cycle. Das freut mich, dass du mich gut findest. Ich freue mich darüber. Hey, hey. So. Jetzt kommt der gute Reno. Und dem zeigen wir jetzt mal kurz unseren Zaubertrick. Den machen wir nämlich jetzt mal ein bisschen Feuer und dann hintern. Dem Kollege. Ja, geil. Den guten Cycle haben wir bekommen. Du bist immer da. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Vielen, vielen Dank. Nein, du musst ja auch nicht jeden Tag da sein. Oh, shit. Ich, äh... Ich hasse es. Ich hasse es, dass das passiert. Das ist mir nämlich jetzt schon mal passiert, dass er den Cycle da nicht gekriegt hat. Beziehungsweise wieder irgendwas anvisiert hat, außer, äh, Reno. Mann. Der Kampf hätte schon lang vorbei sein können. So ein Scheiß. Weißt du, den ersten guten Cycle habe ich bekommen. Aber ich habe vergessen, den, ähm... Enemy Lock zu machen. Ja, das freut mich, dass du mich supportest. Gerne den allen Leuten empfehlen und so weiter. Kennt man ja. Äh, 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 nein. Mir reicht, wenn auch, wenn einfach Leute da sind und einfach im Stream lurken und Spaß haben. Das ist die Hauptsache. Hm, es hat dich beschützt. Und wir machen uns jetzt mal weiter. Damit ich dich nämlich beschützen kann. So ein Ding ist das nämlich. Lass mich vorgehen. Wir brechen durch. Okay, wir haben es geschafft. Sie fällt natürlich runter. Und wir müssen unsere gute Freundin... Fast Freundin, also man kennt sich, äh, jetzt erstmal retten. Dazu kraxeln wir erstmal hier oben rum. Wie gesagt, wäre auch nichts für mich. Zack, zack, zack. Hier gehen wir rüber zum, ähm, Kronleuchter. Den wir jetzt einmal mit einem beherzten Schlag von der Decke trennen. Und weiter geht's. Aerys läuft in der Zeit erstmal nach oben zu uns. Das ist schon mal schön. Wie auch immer sie dann dahin gekommen ist, man weiß es nicht. Wahrscheinlich einen anderen Weg genommen. So, wir werden erstmal durchlöschert. Auch wenn wir gelbe Haare haben, wir sind kein Schweizer Käse. Liebe Schindra. Ey, wunderbar. Hat doch gesagt, die Mann sind am Ende. Ich glaub, während tiefer ist dir das nicht aufgefallen, ganz wehne. Doch, doch, alles gut. Alles gut, das sieht man, das erkennt man ja auch relativ gut. So, let's go. Oh. Aber das sind halt auch nur die letzten drei. Die anderen sind halt einfach so, Mäuren. Ja. Diese Geister hier, die ganzen Mäuren, Junge. Mega ätzend, die Kollegen. So. Halt mal schließlich hier durchzufallen. Ich hab vor, fällst du auf einmal runter. Ach, Aerys. Du läufst so im Weg rum. Er ist halt super nervig. Sie steht halt mega am Weg. Wir schaffen es aber nicht, die zu überholen. Ja, wir vergessen es einfach. Alles gut. Komm, gehen wir. Mhm. Nein, nein. Böse sind wir auf jeden Fall nicht. Das erste beschütze ich dich weiter. Aber ich denke mal, das kriegen wir im nächsten Teil, kriegen wir das raus, was es so mit denen auf sich hat. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Ach, wirklich? Der gehörte doch zu Shindras Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Ja, rekrutieren bestimmt nicht. Wir rekruten für Soldat. Ist klar. Was machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shindras Leute fürs Grobe. Und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du... Auch mit die schönste Musik im Spiel. Muss man einfach sagen. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Ja, ne, ist klar. Vergiss es. Ja, ne, ist klar. Nicht eingeschnappt sein. Dieser Ausblick. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Hm, du findest das spannend. Du musst ja auch nicht auf irgend so eine Tusse aufpassen. Okay, kann man leider nicht triggern. Warte. Nun warte doch mal. Dachte, wir können da stehen bleiben. Ah, die haben die gleichen Waffen. Wie tiefer glaubt Barrett. Ich habe am Ende Geschichte zum Nachdenken gebracht. Wir sind doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Gut, könnten vielleicht Abbilder unserer selbst sein. Aber da bin ich mir auch etwas unsicher. Die Musik, die ist so schön. Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Ja, ich denke mal, dass wir da auf jeden Fall was zu den Mäuren hören werden. Noch im zweiten Teil. Da wird mit Sicherheit noch was kommen. Habe ich mich erschrocken? Vielen Dank, Cloud. Sieh mal, der Wall. Einmal. Ist auch viel zu gut. Ich habe gehört, manchmal vielleicht nicht. Die Slums machen die Leute in den Slums sind so stark. So, ab dafür. So, jetzt gleich möchte ich ein bisschen warten. Tja, das ist eine gute Frage, wenn du recht hast. Das werden wir, wie gesagt, den paar, zwei oder drei hundert Prozent noch erleben. Und es wird auf jeden Fall aufgelöst. Wie gesagt, ich glaube, da gab es mal einen, ähm... Ja, berücksichtigt Produzenten. Wer noch ein bisschen was dazu gesagt hat, muss unbedingt mal googeln. Hab den leider nicht gelesen. Ist faul dafür gewesen. Mach mir nicht mehr Arbeit. Da kommt, geh. D, D, D. Hier würde ich auch runterrutschen. Bis auf, dass es halt, äh, verrostet ist, nicht um einen Splitter am Arsch hätte oder so. Okay. Eris ist der Gruppe beigetreten. Das heißt, wir machen uns jetzt mal... Genau. Auf nach Sektor 5. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. So, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Doch nicht so selbstgefällig in die Gegend. Hier gibt es quasi einen Skip, ähm... Aber... Kann ich leider nicht. Den habe ich noch nicht geübt. Das müssen wir noch rauskriegen. Ja, Splitter am Arsch, das wäre halt echt ungeil, ne? Ja, den Skip, da muss ich noch gucken, ob ich den auf Kette kriege oder nicht. Und ich weiß nicht etwa, wie er funktioniert, aber... Oh. Mega ätzend, gerade im New Game Plus. Gerade da ist das, äh, ein bisschen heavy. Digga. Also, Eris. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist. Hey, Cloud, warte doch! Alles total verraubt! Dieser Dorn, wir in diesem Fleisch... Oh, warte. Oh, oh, da ist Shinra unterwegs. Was wollen die nur hier? Wir müssen uns jetzt also erstmal einen anderen Weg suchen. Das Ganze könnten wir halt einfach skippen, aber... Kann ich doch nicht. So ein Ding ist das. Und Shinra's Müll halten. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slum-Bewohner einen Bogen drum machen. Das perfekte Versteck also. Ja, Stufe 50 sind wir ja auch. Das, äh, habe ich ja noch geschafft heute. Hab noch ein bisschen reingegrindet. Dass wir da auch Vollgas geben können. So, hier unten mussten wir... Genau, hier hatten wir, glaube ich, Glück, ne? Ja, genau, hier hatten wir nämlich Glück. So, stimmt. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass das hier aufgeht. Das tut es nämlich nicht. He, 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 he. Meinst du, das geht nicht mehr jetzt in den nächsten Teilen oder, äh, insgesamt? Also, oder halt nur, äh, für den Teil. So, oder insgesamt, ja, klar. Guten Abend, Lord Longhi. Wie geht es dir? Mir geht es wunderbar. So, hier machen wir auch mal Platz. Ja, halbwegs gut im Cycle bekommen. War das eine neue Art? Wie gesagt, die Preisfrage ist, wie es dir geht. Im Ganzen, achso. Das ist eine gute Fahrt, das weiß ich gar nicht. Ist generell weiter, wie Level 50 geht oder gehen wird. Dir geht es bestens. Ja, das ist ja schön. Das ist schön. Das freut mich. So, ab dafür. Ja, wir laufen doch schon so schnell, wie wir können. Was ist denn los, Eris? Spann dich doch. Wie gesagt, den ganzen Teil hier könnten wir skippen. Ich habe sogar fast bis ins nächste Kapitel rein, aber naja. Leider habe ich das nicht drauf. Bleib lieber hinter mir. Auch die hier müssten wir ignorieren können. Ja, das können wir. So, wir merken nämlich jetzt recht schnell, dass das hier auch nicht gehen tut. Ja, definitiv. Ach nee, das geht. Stimmt. Bin auch gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Vor allem die ganzen Kämpfe, die uns da dann noch erwarten werden. Da freue ich mich schon richtig drauf. So, der macht nochmal bumm bumm. Der muss auch jedes Mal eine Selbstverstörung machen. Super ätzend. Okay. Und runter hier. Und rauf hier. Dann können wir die Leiter nochmal hoch und können uns hier mal entlanghangeln. So. Ja, ich bin halt auf vieles gespannt, wie sie einiges noch umsetzen werden oder wie weit sie sich wirklich noch an die Originalgeschichte halten. Das ist halt eher so das Ding. Das wüsste ich halt gerne. Ja, das könnte sich halt sehr, sehr stark unterscheiden. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber es kann auch eine geile Geschichte werden. Ja, ja. Advanced Children. Best Film ever. Die Kämpfe waren schon geil. Das war schon mega. Da braucht man nicht drüber zu reden. Das war einfach nur sick. Das war super, super mega geil. Das hat schon richtig gebockt. Sich das reinzuziehen. Ja, hier gibt es glaube ich auch eine Möglichkeit, das hier zu skippen. Oder das zumindest zu beschleunigen. Aber die Augen, die grünen Augen waren da noch nicht so dabei klaut. Ja. Ja. Das stimmt wohl. Weiß auch gar nicht. Hatte man... Doch, doch, doch. Das mit der Krankheit hatten sie ja aufgeklärt. Glaube ich. Ich glaube ja. Naja, Scarlett. Halt die Schnauze. So, hier haben wir jetzt leider ein Kapitel, was sehr, sehr lange geht. Dieses und das nächste. Ähm, ja. Wie gesagt, hier ist aber auch schön, dass sie genau hier den Cut machen. Ja, wenn Vetch da durchkommt. Und nicht warten, bis Cloud danach noch kommt. Er wird der zweite Selfie Ross. Was wollen Sie damit sagen? Nichts nicht. Du meinst Cloud? Ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Hier wird nicht gefilmt. Hier wird nicht gefilmt. Äh, what the fuck? Sollte das nicht in Übertragung werden? Hier wird nicht gefilmt. Alter. Junge. Wenn der Mitarbeiter keine Ahnung hat. Gegen den Augen, meinst du? Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ach so, hier oben kommt ja auch schon der nächste Dialog. Ich helfe in dem Laden manchmal aus. Mhm. Mugi, kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hm? Dachte, von hier sehe ich den Reaktor. Ach shit. Ja. Braucht uns ja. Es braucht uns ja, damit es weitergeht. Ganz vergessen. So, dann kommen wir her, Eris. Tja. Eigentlich ist Cloud lieb und nicht böse, ja. Cloud ist der Beste einfach. Cloud ist einfach der Beste. So, der ganze Kindergarten hier vereint. Ach, übrigens, Eris. Das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Mhm. Warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Genau, lasst uns alle zusammen gehen. Im Helmchenhof werden die Verkunden zogen, die keine Familie mehr haben. Umso schneller geht's. Wirst du gewesen, Eris? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit. Hallo, Eris. Sie ist gesund wie eh und je. So, wir kümmern uns wieder um die Stühle. Ja, Cloud und Sary Rod kennen sich schon sehr, sehr lange. Sieht man ja auch im Hauptspiel. Oder sie denken sich... Ja, die ganze Geschichte ist immer so ein bisschen verzwickt. Eris, komm her. Komm her jetzt. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nee. Wie der Kleine hier guckt. Das ist der einzige Achtung. Volldurch, der Kleine. Manchmal Heilkräuter vorbei. Möchtest du was von dem Demüser haben? Das hier ist der Helmchenhof. Im Film. Ja. Hallo. Ich danke, dass du... Ach was? Weißt du? Kein Problem. So, na komm. Let's go. Schau mal, die Eris, die schwätzt auch immer so viel. Komm, wir gehen mal zu dir nach Hause. Haben nämlich Hunger. Wollen gerne was essen. Ja. Ganz normales Stuhlverhalten. Ja. Einen Hasen gegeben. Ich hab dich auf die Idee gebracht. Oh je. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ich muss mir unbedingt den Film aber nochmal angucken, ey. Muss ich mir unbedingt nochmal reinziehen. Glaubst du, ich muss auch wieder zocken? Ja. Ja, ich müsste auch Crisis Core nochmal zocken. Ich hab's ja angefangen auf dem Kanal. Müsst du eigentlich... Müsst du spielen nochmal. Wir müssen unbedingt deine Mutti kennenlernen. Ah ja. Erzähl mir was Neues. Das hast du halt schon dreimal gesagt, dass wir deine Mutti kennenlernen müssen. Mega fetter Garten, Junge. Die haben hier... Die leben hier wie in einer Villa, Junge. Wie... Als hätten sie eine eigene kleine Welt. Die vorgeschichte zu Final Fantasy 7 Remake. Mhm. So. Genau das ist Crisis Core. Aber auch zum normalen Final Fantasy 7. Da lernt man ja auch den guten Sekt kennen, den wir hier auch sehen. Okay. Wir gehen Blümchen pflücken. Ich zeig dir meine Blumenbeete. Wir nehmen wieder die gelben. Wir nehmen wieder die gelben Blümchen wie jedes Mal. Na komm, schleich dich, Eris. Was meinst du? Welche sollen wir pflücken? Die, die am nächsten hier sind. Ich stelle dich nicht so an. Los, such welche aus. So eine habe ich dir gegeben. War das so? Zack ist ja mit ihr zusammen. Mhm. Ja, das... Ich bin mal gespannt, was das aber noch für eine... Love Story oder was für eine Story mit Eris auf jeden Fall wird im zweiten Teil von Remake. Und ob wir auch da soweit kommen. Beziehungsweise ob und wann wir Zack überhaupt begegnen. Wenn der Originalgeschichte ist, klaut er mit niemandem zusammen. Soweit. Das... Können wir? Wunderbar. Na, dann mal ab. Ab zum Helmschenhof. Ja, Eris. Wir sind super duper vorsichtig. Stimmt doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Hm. Weil fährst du irgendwelche Mädels gehen neben Blumenschenken. Oh, oh, oh. Wie einfach so cheesy werden würde. Das wäre auch schon mega lustig. Okay, dann liefern wir die Blumenschen doch mal ab. Oh, wer hat denn hier die Hocker umgeschmissen? Kann mir gar nicht vorstellen. So, wir gehen mal ganz kurz mit ihm schon hier talken. Okay. Wir machen uns auch zurück zum Helmschenhof. Ich muss echt unbedingt dran denken, dass ich jedes Mal diesen Weg laufe. Ich weiß, ich werde so hart verkacken irgendwann. Ist was passiert? Ich kenne mich. Ein Mann in schwarz. Ein Turk? Nein. Er wohnt hier in... Ich glaube, er ist... Die Arme kenne ich. Ich bin mit Säck. Okay. Wunderbar. So, wir folgen dem kleinen Scheißer mal. Und wir werden ihm natürlich auch helfen. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. D, 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 D. Aber ist auch interessant, seit dem Treiber-Update von NVIDIA heute ruckelt es eher mal. Kann ich eigentlich irgendwie gar nicht verstehen. Junge, wenn der Charakter sich jetzt auf die Schnauze gelegt hätte, ich hätte es jetzt gefeiert. Ich sage es euch. Erwachsene haben da eigentlich nichts zu suchen. Aber ist ja ein Notfall. Hm. Erwachsene haben da nichts zu suchen. Wir dürfen trotzdem rein. Ding, ding. So, der gute Mugi hat Verstärkung mitgebracht. Ich war mal. Wo ist der Mann hin? Keine Ahnung. Ja, Cloud gefällt mir auch besser. So generell von den Haaren, vom Style. Ich würde mir aber hier ein bisschen... ...nur ganz minimal stärkere oder dickere Arme wünschen bei Cloud. Also er könnte ein bisschen... ...leistmuskulösere Arme haben. So ein paar... ...zwei, drei Zentimeter mehr Umfang quasi. Das würde ihm sehr, sehr gut stehen. Da würde der Charakter auch ein bisschen mehr was hermachen. Aber er muss ja eigentlich auch drahtig sein, um so flink und so weiter zu sein. Aber das würde ich sehen bei ihm. Ein klein bisschen mehr Oberarmmuskelmasse. Dann wäre er, glaube ich, fast perfekt. Dadurch, dass er auch so stark zuschlagen kann und so weiter und so fort. Ah, geil. Hat geklappt. Das ist mein Job. Aber für mich gibt's auch was zu betonen, oder? Ich bin hier ums Leiter. Meinst du Tai des oder meinst du Shu Yin? Ich glaube Shu Yin hier doch, ne? Der, äh... Der quasi Originalcharakter. Oder anderer Charakter, der mit Yuna da was hatte. Äh, tiefer. Äh, tiefer sag ich schon. Ares, kriegst du das hin? What the fuck? Ja, Ares, du müsstest mal schnell etwas tun. Junge, brauch die ja drei Tage, um was zu machen. So, die hauen wir gerade so um, die Kollegen. Wunderbar. So, da kommen noch ein paar Kollegen. Wunderbar. Sehr gut, was heißt, Tidus ist mit Yuna zusammen, ähm... Die verlieren sich ja nachher. Das ist halt das größere Problem eher. Und, äh, Yuna ist ja auf der Suche nach Tidus und findet ihn ja nicht mehr, sondern nur noch Shu Yin, oder wie er heißt. Irgendwie sowas. So, let's go. Hoch da. Cloud, hoch da. Er könnte doch einfach nur da hoch springen, weißt du? Kann mit zwei Kindern da hin und her springen, aber kriegt das ja doch Kette, oder was? So, vielen Dank. Das ist auch der Einzige, der nicht explodiert, glaube ich, ne? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, Goku. So weit war ich da in der Lorni drinnen. Ich habe auch nie alle, ähm, Bücher gefunden. Um, äh... Von den Albed die, äh, Sprache lesen zu können. Ich habe schon nie gesucht, die Dinger. So, hier kriegen wir noch mal ein bisschen Besuch. Bäm. Wunderbar. Du schon? Ne, wie gesagt, um die Lore habe ich mich nie, äh... Nie so richtig Gedanken mehr gemacht, um ehrlich zu sein früher. Ja, die sind so süß, die Kids. So, können wir ein klein bisschen Gas geben, Kinder? Ach, schön. So, wir können endlich wieder rennen. Wunderbar. So. Boah, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht so feiern, werde ich zu sein. Dies würde ich jetzt nicht so feiern. Ist schon so gut, wie es ist. Ist schon so gut, wie es ist. Nein, wir brauchen keine Arbeit. Ich habe schon ein Multitag. Ich sammle immer viele Infos. Komm doch ab und zu mir. Ach, wunderbar. Ah, ist das nicht schön. Ach, die Blatt am Schaum noch nicht. Näh, wie gesagt, ich finde die Geschichten so gut, wie sie sind. Das, äh... Ich glaube, Cloud bei Final Fantasy X, der würde ja alles abrasieren alleine. Und Tidus würde halt einfach so gar nichts... Ich weiß nicht. Ich habe Tidus noch nie so viel zugeschrieben, um ehrlich zu sein. Das, äh... Ich habe Tidus nie so richtig gefeiert. Ähm, der Aaron. Der, äh, Aaron wäre noch geil. Wenn wir den so als Vincent-Ersatz hätten hier. Das wäre mega geil. Das würde ich schon eher feiern, um ehrlich zu sein. Ich hasse Gewalt. Ich nicht. Ich liebe Gewalt. Couch. So. Ach, Schnauze-Rude. Hier, gönn dir. Ja, ist aber auch meine Befehle. Das, äh... Aus. So, jetzt können wir ihm da eins geben. Easy. Ja, Aaron würde, äh... Der würde halt auch schon durch Schichter durchrennen, Junge. Der zieht halt auch jedem irgendwie einen Scheitel, Junge. Mit ein, zwei Schlägen. Das war sowieso mein Lieblingscharakter. Kimahri habe ich irgendwie nie, äh, benutzt. Das, äh... Kimahri fand ich irgendwie immer mega lame. Weiß du nicht. Der ging mir immer voll hart auf den Sack. So. Alle guten Dinge sind drei. Es wird wieder passieren, liebe Freunde. Ich werde wieder zweimal hier verkacken. Eigentlich könnte ich auch direkt hier gegen den Eimer laufen, hier unten, ne? Ja. Das, äh... So ein Schiss, ey. Ja, ich weiß, dass wir vorsichtiger sein müssen, aber ich krieg's halt nicht hin. Cloud, ich kann's halt nicht. Das müsste ich halt eigentlich erst mal üben, ne? Oha. Gehen Sie endlich? Wie komm ich... Beim zweiten Mal. Geil. Es ist nicht der Sinn. Ex-Solder. Und bitte. Natürlich. Danke. So, geil. Beim zweiten Mal geschafft. Mega gut. Mega, mega gut. Läuft ja richtig, ey. Also nicht wirklich, aber ja. Sehr geil. Okay, aber halbe Stunde ist halt schon langsam. Oder? Halbe Stunde geht halt noch. Ohne Skips. Also wir hätten 25 Minuten, hätten wir, äh, äh, saven können, wenn ich den Skip könnte. Aber ich find das, ich find halt diese Setups super weird. Dann muss es halt auch klappen und dann spackt das auch total rum. Da hab ich halt auch so gar keinen Bock drauf. So, und Waka geht halt auch gar nicht fit. Oder stell dir mal vor, Goku Blacks for Final Fantasy. Ja, genau, so ein Goku chillt da noch rum. Yo, ho, ho, was geht los? Oder irgendein Goku. Man kann den Himmel sehen. Weil die Platte eingestürzt ist... Ein KMH und dann ist das ganze Thema schon vorbei. Ganz schön gruselig. So ein Ding ist das. Beim Bau von Midgar kam es zu einem Unfall. Und die Platte stürzte in die Tiefe. Zum Glück hat damals noch keiner hier gelebt. Sonst wäre die Sache nicht so glimpflich ausgegangen. Okay, dann machen wir uns mal durch den Tunnel. Oh je, mein Controllerkabel hing fest. Auch geil. Was ist das Mikro weggerobbt? Na komm. Und wie geht der hier? So, für alle, die im Stream sind. Der Run kommt ohne Chapterskips aus. Weil ich es einfach noch nicht kann. Die muss ich halt noch üben. Ah, ist jetzt einfach nur mal ein Testrun. Mal schauen, ob wir den heute durchziehen oder nicht. Muss ich mir angucken. Das, äh... Schauen wir mal. Gut, die mussten wir kaputt machen. Weil wir da die Leiter haben. Ich weiß gar nicht. Irgendwie kann man, glaube ich, auch die Encounter zurücksetzen. Relativ. Den Schimmer mussten wir auch machen, ja. Da muss ich immer mal noch ein bisschen gucken, welche Gegner wir machen müssen und welche nicht. Danke für die Info. Das ist wunderbar. So was dummes. Jemand hat die Leiter hochgezogen. Okay, wir kriegen jetzt gerade mal gezeigt, wie das Ganze hier funktioniert. Hier lassen wir den Arm eigentlich nur runter und lassen Aerys aufsteigen. Okay, ich springe auf. Genau. Du springst auf, damit wir sie dann da oben absetzen können, dass sie uns die Leiter runterlassen kann. Davon erwarten uns später noch zwei weitere wundervolle Rätsel. Die sind so toll. Und die machen so Spaß. Das ist... Also im nächsten Teil. Liebe Entwickler, bitte alles voll. Jedes Kapitel voll mit 100 von diesen Armrätseln. Das, äh... Ja, ich finde, du bist der beste YouTuber. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber... So, komm, let's go. Das, also... Oh, diese Rätsel hier. Das ist, also... Ich sage, er gibt dem Typ irgendwie mal mehr Gehalt, der sich solche Minispiele oder Minirätsel ausgedacht hat. Ernsthaft. Das, äh... Bezahl den Mann mal richtig. Ich dachte, hier könnte man durch. Nein, da können wir nicht durch. Wir müssen aber hier runter. Jetzt muss ich gerade selber gucken, weil bei einer Passage bin ich hier ein bisschen falsch gelaufen. Ja, die Rätsel sind halt echt super, ähm... Naja. Sind ja echt verdammt nervig. Braucht halt kein Mensch. Oder auch hier diese, diese Passagen. Klar, es ist zum Levelladen, aber... Weiß ich jetzt nicht. Könnte man auch besser machen mittlerweile. Und vor allem bräuchte ich mir Direct Storage. Oder, äh, Direct Access, liebe, äh, Entwickler. Gerade mit den Festplatten, die wir heutzutage haben, ist das nämlich problemlos möglich. Äh, genau. Hier wird ja der Weg versperrt. Na ja, ja, klar. Nee, komm. Nein, wir wollen nicht runter. Wir wollen hier oben vorbei. Meine Güte. Wollen wir mich hier durch. So, wunderbar. Versuch mal diesen Container hoch. Ja, ja, das mache ich doch schon. Das machen wir doch schon. Level kann man die Charakter durchkämpfen, ganz ehrlich. Ja. Das, äh... Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Okay. Chris, du bist halt so. Man muss dich einfach liebhaben, Schätzelein. Ja, sehr gut, Cloud. Man muss sie halt einfach liebhaben. Die Gude. So, dann lassen wir die jetzt einmal ganz kurz aufsteigen. Setzen sie dann auch wiederum oben ab. Damit sie uns dann hinten die Leiter runterlassen kann und wir hier die Leiter runter können und dann da hinten auch hoch können. So ein Ding ist das nämlich. So, die Höhe müsste... Passt. Hat fast gepasst. So. Und stopp. Na komm. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ich kasse dir jetzt die Leiter... Ja, lass mir die Leiter runter, komm. Eris. Weniger schwätzen, mehr machen. Das, äh... Verstehen die irgendwie alle nicht. Die ganzen Charaktere einfach nur bla 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 bla. Genauso wie ich, ich weiß. Ach, schön. So, hier geht es schon mal in Richtung des letzten Rätsels. Oh nein, hier geht es nicht weiter. Wir brauchen einen anderen Weg. Ja, falsche Haltung. Anders kriegen wir die Schimmer ja nicht. So, vielen Dank. Dann geht es nämlich hier runter. Hier geht's weiter. Alter, wir sind halt voll der Abi. Nicht so schnell? Ja, okay. Und wir rennen einfach weiter. Ha, ha. Ey. Ach, ja, ich liebe es. So. Weiter geht's über den Steg hier. Über den Selbstgefrickelten. Ist halt alles auch irgendwie, ist halt so krass, dass alles irgendwie so im Arsch ist hier, ne? Obwohl es halt auch Shinra Krams ist eigentlich. So, vielen Dank. Ach, ja. Die sind einfach cool. Ich mag die. Ich mag die Jungs. Bezahlung war zu schlecht. Schlechte Bezahlung, keine Mädels. War alles nix. Ja, hier hat man jetzt auch mit, äh, mit Blitzgar auf alle Gegner auch durchschauen können. Die Leiter ist wieder oben. Ich geh wieder runter. Kannst du den Arm bewegen, Cloud? Ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken. Das geht. Das geht. Dann können wir den Arm wechseln. Dann können wir uns diesen wunderschönen Container. Jetzt. Wechseln wir noch fünfmal hin und her. Hier lang, hier lang. So, jetzt können wir die gute Aeris einmal hier oben absetzen auf den, äh, zwei Containern. Können dann wieder auf den anderen Greifarm wechseln, um dann Aeris wieder aufzunehmen mit dem anderen Arm. So. Ja, High Five klappt leider nicht. Aber jetzt einfach mal weghauen die alte. Und dann können wir sie auch schon darüber setzen und dann kann sie uns ganz da hinten nämlich die Leiter runterlassen. So, das heißt, wir können sie hier runterlassen. Und damit ist unser Soll auch schon erledigt. Oder eher gesagt, unser Doing. Das wäre super lieb von dir. Das wäre super lieb, mein Schatz. Danke, Aeris. Mach dir nichts draus, Cloud. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Wovon redest du? Jetzt sei doch nicht so. Hey, ihr zwei Tots, bin wir schon da. So, da sind unsere Freunde schon wieder. Die Uhr stört ein bisschen. Welche Uhr? Meine Uhr. Oder meinst du den Timer? Oh, das passt schon. Let's go. Ja, komm ihr Mann, das High Five. Ist okay. Ja, den Timer brauchen wir aber leider. Für den Run. Sonst ist er nicht valid. Aber den könnte man kleiner machen. Das stimmt wohl. Wir wollen auf jeden Fall los. Okay, jetzt wollen wir nicht mehr los. Ja, wir sind ja schon auf dem Weg, Aeris. Wir gehen mal schauen, was hier los ist. So, dazu laufen wir einmal hier rüber. Können auch mal mit dem Kollegen hier schwätzen. Hm. Weißt du viel? Ach, wir haben noch willst es. Was ist dir letztens bei dir neu? Wir suchen die. Hm. Wer wollen sie? Weil er sich total... Hm? Hm. Na, dann kannst du sie... Genau. Sie ist schick. Du bist doch... Genau. Oh je. Aber ich musste... Warum das? Weil sie was... Deshalb wurde... Eine braun. So nennt kommen. Und tiefer wird's an geschmückt. Als ein lang. Du wärst dich... Und wo ist diese Wille? Hey, mit sowas... Oh je. Hm. Dann müssen wir uns wohl erst einmal in der Stadt umsehen. Hm. Dann müssen wir erst mal in die Stadt. Äh, fürs nächste Mal kann ich ihn auf jeden Fall kleiner machen. Jetzt gerade eher schlecht. Äh, jetzt der Erste ging jetzt wohin? Einfach nur da runter. Okay, gut. Genau, wir gehen jetzt nur da hoch zum Don. Nee, äh, jetzt gerade da dran rumfummeln ist jetzt eher schlecht. Wenn ich den verliere, dann gibt's Probleme. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, dann da dran rumzufummeln. Ich glaub nämlich nicht. Das, äh... Deswegen lassen wir das einfach mal. So. Dö, 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 dö. Ich wär eh noch im Überlegen, ob ich mir so einen Hintergrund dann einfallen lasse. Dass halt, ähm... Ja, das Bild ein bisschen kleiner wird, das Video, also das Game. Und, äh, dann ist ein Hintergrund zu sehen, ähm, wo der Timer drüber liegt, aber weiß ich noch nicht. Oder ob ich's halt, äh, das Game im Vollbild lasse. Müssen wir mal gucken. So, wir gehen jetzt erst mal zu Chocobo Sam. Dann gehen wir zu Anjan und dann zu Madame M. Und das am besten auch in der Reihenfolge. Also, ich glaub, den Grafiktreiber muss ich wieder ändern. In einem Video. Ist ja, äh... Geht ja gar nicht. Mega ätzend. Also, als erstes talken wir mit ihm. Der gute Johnny. Aber vielleicht. Du willst das unbedingt. Gut. Spielen wir mit ihm. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Also. Reverse oder averse? Das kann man, äh, skippen. Hier ist egal, was du sagst. Wir verkacken so oder so. Mh, Madame. Da ist Honigstopf. Ja, wir können. Ja, egal. Mache mich hier durch. Da, 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 da. Da. Johnny ist halt immer schneller wie wir, weißt du, wie ich mein. So, wir können quasi wieder gehen. Ähm, ne, hier wollen wir durch. Wunderbar. Du bist echt die Einzige für mich. Lull. Mensch. Ich verliere immer den Überblick. Das kannst du dir halt wieder nicht ausdenken. Super nervig hier. Ach ja, der gute Johnny. So, let's go. Cloud freut sich einen Ast. Und wir warten mal auf die gute Madame M. Also, Cloud ist absolut entspannt, würde ich sagen. Cloud, was ist los? Gar nichts. Mach mir nichts vor. Die läuft. Ganz komisch. Aber egal. Wer bin ich schon, äh... Die, 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 die. Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja? Dann lasst doch einfach mal eure Bitte hören. Ich brauche eine... Also wirkt... Hm. Wirklich allein. Wir gehen jetzt erst mal eine Runde uns kloppen. Ja, ja. Wir gehen schnell dahin. Alles gut. Wir beeilen uns ein wenig. Was für ein Wettkampf das wohl ist? Wir sind auf dem Ballmacht. Ja. Und es ist ein Kolosseum. Das sollte uns vielleicht schon mal zu denken geben. So, wir sind gerade noch rechtzeitig da, um uns anzumelden. Wunderbar. Gut, dann ab in den Keller. Hört sich irgendwie wieder falsch an. Das geht weiter runter, als ich gedacht habe. Definitiv. Und nein, wir sind nicht nervös. Wir müssen auffahren müssen. Entspann dich. Was meinst du, wie viele Leute antreten? Cloud, bist du aufgeregt? Nein. Ich dachte nur, weil du so wenig redest. Ich konzentriere mich nur. Solltest du auch. Ach ja, Cloud ist schon der Beste. Ja, Cloud ist doch der Beste, den wir haben. Wie siehst du denn? Ich brauche das. Ihr habt ja, wenn ich euch ne... So. Ja. Nein, wir laufen nicht davon. Was bist denn du für eine? Komm, geh weg. Niemand mag dich, Aeris. Na Quatsch. Ja, wir sind immer doch bereit. Lauf doch nicht weg. Drecksköter. Okay, war jetzt nicht die beste Runde, aber okay. War nicht die beste Runde. Okay, dann lass uns mal weitermachen. So, weiter geht's zur zweiten Runde. Hier können wir jetzt eigentlich auch mal hier mit drauf fahren. Mal gucken, wie viele wir wischen. Nice. Shit. Oh je, ist echt da reingelaufen. Shit. Hallo. So, wär halt schön, wenn du erstmal die Leute anvisierst, die dir am nächsten Sinn klaut. Sehr gut. Der Cycle war jetzt auch nicht sehr gut. Aber schon mal was besser wie vorher. Ein weiteres Mal haben sie triumphiert, obwohl sie nur zu zweit sind. Der Sieg geht an. Das schlagkräftigste Wärchen deiner Zeit. Team Klappen erläuft. So, okay. Weiter geht's zur nächsten Runde. Ja, ja, entspann dich. So, Blitzgar kann hier definitiv nicht schaden. Wir müssen uns aber jetzt gleich auf jeden Fall heilen, hier vor dem Endkampf. Vor dem Endkampf müssen wir uns auf jeden Fall heilen. Ansonsten haben wir nämlich da ein fettes Problem. Die Magie brauchen wir. Ohne die MP sind wir, glaube ich, echt extremst hart aufgeschmissen. Heißt, wir randalieren hier nochmal ein bisschen mit den Stühlen. Etwa den Stuhl mit aufs Schlachtfeld nehmen. Ach ja, wunderbar. Na, wette hin, ihr schafft das schon. Ja, klar. Gehe ich auch mal davon aus, dass wir das schaffen. So, okay. Das ist jetzt hier mit dem Angreifen natürlich ein bisschen schwierig. So, jetzt haben wir zumindest mal den Feierkrams daraus, dass wir ein bisschen was machen können. Das war aber ganz schön schnell vorbei. Es fing es an, wenn ich mich nicht verabschiede. Ne, kann man nicht skippen. Ja, mal gucke ich jedes Mal irgendwie. Weil es halt auch immer so lange Sequenzen sind. Hat Eris Hass oder hatte tiefer Hass? Ja, egal. Ach Quatsch. Den will ich so haben. Klappt das? Oh, das scheint sogar zu funktionieren. Ja, geil. Ja, machen wir den nochmal. Kriegen wir das nochmal hin? Ja, okay. Da ist das jetzt natürlich wirkungslos. So, in der Offensivhaltung kriegen wir nämlich schneller MP. Das ist schon mal viel wert. Oh, ja. Oh, ja. So, ich würde gerne Eisgar anbringen wollen. Aber es will wohl nicht das Höllenhaus. Na, komm runter. Komm her. Kackstuhl. Okay, wir sammeln hier wieder ein bisschen, äh, ATB. Autsch. Hm, ja, kommen wir auch nochmal ein bisschen rein. Na, komm. Go, 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 go. Ja, er hat auf jeden Fall die Magie geschluckt, habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, können wir hier noch sonst irgendwie ein bisschen was reißen? Ich glaube nicht, ne? So, Blitzkar nochmal. Oh, ja, geil. Gut, müssen wir halt wirklich mit Blitzkar arbeiten hier. Da müssen wir wirklich mit Blitzkar arbeiten, okay. Super nerviges Kapitel. Ja, ja, entspann dich. So, jetzt wollen wir hier nochmal eine fette Sightseeing-Tour, die super krass unnötig ist. So, wir gehen nämlich jetzt zu Madame M, dann lauft man mit Johnny nochmal hoch, dann lauft man wieder rum zu, äh, ach, keine Ahnung. Weiß es schon gar nicht mehr. Es ist wieder so komplettes Hin und Her, einfach nur. Genau, wir haben jetzt ein bisschen was zu erledigen. Nein, nein, alles gut. Wir gehen sofort hier raus, alles gut. Äh, lol. Okay, ich komm mit. Hey, Cloud, darf ich dich Bruder nennen? Nein. Also, ich durfte, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Der Typ, ne? Der regt mich so oft. Der Typ ist so lost, ey. Gut, wir gehen nochmal da vorne Hallo sagen. Wir sagen hier nochmal Hallo. De, 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 de. De, 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 de. Die Empfehlung ist, ah, die Frage, wie auch immer. Ich frage dich nicht. Hä? Ich warne dich. Wenn du hier, wer das sein, vielleicht aber auch hier. Verstehst du? So läuft das. Euch bleibt noch ein. Wenn du wirklich... Ich persönlich kann dir aber nur davon ab. Ja, ja, alles gut. Wir hauen wieder ab. Schon zum zweiten Mal für heute. Der arme Cloud hat es aber auch nicht leicht, ne? Muss man einfach sagen. Der hat es auch nicht leicht, der Kollege. So, welches Kleid hat Eris? Ach, das schon wieder? Okay. Oje, beweg dich doch. Na komm, Eris. Mach hinne. Oh, Mann. So, da hat Eris mal ein anderes Kleid an. Dann kann sie schon wieder nicht mehr laufen, die Arme. Boah, die Frau, ne? Die geht mir so auf den Keks. Einfach nur neidisch. Auf unsere wunderschöne Eris. Hier sind wir doch. Ganz genau. Ach, Mist. Warum wäre das nicht unklaut? Was? Madame M, das heißt... Moment. Willst du? Aber... Keine wieder. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Ich würde sagen, wir versuchen es ehrlich und dir... Gut, ab, Rainer. Talken wir mal hier mit unseren Kollegen. Ich habe die... Ich möchte mit... Sie müssen... Woher weißt... Mir wurde aufge... An der Bühne? Genau, mein Herr. Gehen Sie einfach gerade aus durch die Tür. Ja, ja, machen wir. So, ähm... Jetzt kommt eine wunderschöne Tanzeinlage von uns. Zeigen wir mal, was wir so drauf haben. Wir haben sich... Sie müssen... Dennoch an. So, let's go. Wir tanzen einen Ründchen. Das hier holt einen halt auch einfach mal wieder so richtig ab. De, 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 de. Das holt einen auch so richtig ab. So, jetzt kommt Runde 2. So, jetzt kommt Runde 2. Und die letzte Runde. Runde 3. So, jetzt kommt die Runde. nicht sagen dass ich jetzt wirklich den einen verkackt hat so ein scheiß ein habe ich verkackt nur mit gut auch mann ich hätte alle mit großartig abgeschlagen und hier können wir nichts gibt mit spiel ich sage ja ganz ehrlich wird den treiber von den video wieder zurücksetzen der ist ja mal megaschlecht der arme klaus auch der arme klaus kein wort der so süß okay wir machen uns hier hoch und dann würde ich mal behaupten geht es schon ab zur villa vom don ab dafür wir können leider jetzt nicht richtig rennen wir müssen ja gerade ziel wie eine dame sein deswegen dauert das ganze ein bisschen bis wieder hoch gehen oder da hoch kommen ab geht's zum don aber noch gucken ob wir jetzt endlich reinkommen denkt sich auch alter wunderbar weil wir so wunderschön sind wir sind wunderschöne damen okay ab dafür wir gehen ins zimmerschen so jetzt warten wir hier eine runde rum was passiert jetzt man wird uns sicher schon bald rufen ganz schön gruselig hier weiß gar nicht müssen wir hier einmal rund laufen kann das sein aber natürlich dann wollen wir doch mal hier durch und nach oben so wir haben uns jetzt schon mal eine runde geklopft ja ist ja gut entspann dich wir haben uns jetzt erstmal umgezogen genau unten die zwei ignorieren wir einfach weil die sind uns sowas von egal okay wunderbar die lagen relativ zügig die hatten uns ja gar nichts entgegenzusetzen ist komplett egal was wir sagen und damit werden wir schon in kapitel 10 wunderbar das gefällt mir doch schon mal sehr gut wir reden dieses mal mit tiefer ist glaube ich egal mit wem wir reden ich weiß gar nicht welcher von beiden schneller ist aber ich glaube keiner so da haben wir jetzt erst mal ein bisschen rein so gehen wir noch mal ein na komm lass uns wenigstens ein bisschen aufladen na komm lass uns wenigstens ein bisschen aufladen magie folger und sie magie folger ok so damit haben wir das akku fisch besiegt und können weitermachen dass wir hier jetzt hallo dass wir hier raus können ok let's go let's go wir dürfen uns nicht verlaufen ja dafür müsstet ihr erstmal laufen damit wir uns verlaufen können ok wir können uns jetzt ok müssen wir den platt machen ja komm da laufe ich jetzt nicht mehr hin dankeschön willkommen gut den habe ich komplett vergessen den kollegen den habe ich leider komplett vergessen kann überlegen brauchen wir hier großartig magie ne ne muss nur gleich noch mal gucken in welche richtung wir müssen wenn wir gleich hier reingehen oder hier ich werde kämpfen nein brauchen wir eigentlich gar nicht shit ähm ok dann geradeaus ja ok hier müssen wir kämpfen sonst können wir nämlich die treppe nicht hoch wunderbar hier wollen wir aber ne ja ok wunderbar das nervige kommt glaube ich erst später der nervigäre Teil also das ruckeln ist echt nicht auszuhalten die ladeprobleme irgendwas passt da nicht da muss ich mich morgen auf jeden fall mal auf die suche begeben oder ich installiere wieder den game ready treiber ich nutze ja den studio treiber von nvidia gerade auch fürs video schneiden ich habe keine ahnung wie sie durch die zerstörung von sektor 7 profitieren könnten absolut nicht corneo muss gelogen haben typen wie dem darf man nichts glauben scheint ein strom generator zu sein stammt aus der zeit bevor marco benutzt wurde zack zack boah ist aber heftige ruckler ey aber ist halt nur das game betroffen naja so lassen wir mal das wasser ab zumindest so die hoffnung da haben wir einen schlüssel und dann können wir hier auch direkt schon wieder raus brauchen wir uns die andere seite wenigstens nicht anzuschauen damit können wir hier aufschließen ich dachte halt auch weil seine schnauze darüber zeigt das ist halt ein bisschen ähm find ich ein bisschen doof ja wieso wir auch nicht rennen dürfen ist mir ein rätsel wir könnten doch darüber springen ihr stellt euch an so die müssen wir leider shit das äh ja wunderbar ich weiß gar nicht wofür ich widerstand angezogen habe als materia hilft nämlich super mir absolut gar nicht kann ich den kram auch wieder weg packen weil eigentlich sollte das ja auch als Zustandsveränderung gelten und es meiner meinung nach so dankeschön god nächstes mal sollte ich wirklich wieder mit blitzgar da reingehen jetzt kann er ist auf folger das ist gut das ist sehr gut das hilft uns auf jeden fall so 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 damit können wir hier rewornen dann haben wir das ganze hier auch gleich schon geschafft dann ist es eigentlich nicht mehr weit wenn wir nicht eine halbe stunde unterwegs werden wenn wir nicht eine halbe stunde unterwegs werden das ist nur der eine kollege da wunderbar hier hoch fluten und dann rüber und dann geht der ich gehe vor und sehe mich runter so rauf da und weiter da durch Na komm. So, wir haben es wenigstens geschafft, Aerys zu überholen. Junge. Aerys, nerv uns doch jetzt nicht so krass. Äh, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Weil hier kommt nämlich kein Bossfight mehr oder so. Ähm, hier laufen wir jetzt direkt rechts, folgen dann. Okay. Weil hier laufe ich nämlich sonst meistens falsch. Und das will ich mir heute nicht antun. Ja, die Krabben gucken schon. Ähm, wir können hier jetzt dann links und dann müssen wir nochmal rechts rum. Okay. Shit, die müssen wir leider. Wie gesagt, vieles können wir auch einfach durchrennen. Ging jetzt hier aber leider nicht. Hier können wir hoch. Hier können wir, glaube ich, durchlaufen, ja. Den können wir laufen. Ne, können wir nicht. Gut, läuft aber doch einigermaßen. Läuft einigermaßen, das ist schon mal schön. Dann haben wir gleich wieder unser wundervolles Minispiel. Worauf ich so absolut null Bock habe. Juhu. Wir sind zumindest schon mal hier. Ja, bestimmt. Irgendwas finden wir da tiefer. Irgendwas können wir da bestimmt schon finden. So, der tut jetzt so unglaublich viel. Nämlich nichts. Ja, ja, ja. Komm. Let's go. Wir gehen jetzt erstmal die Pumpe reparieren. Okay, das geht nicht. Ja, 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 ja. So, wir pumpen da mal ein bisschen. Wrap. Ich habe aber auch jedes Mal das Gefühl, es geht schneller los und wird dann immer langsamer. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Wunderbar. Zweimal noch. Also wird das bei uns mindestens noch vier oder fünf Mal. Yes. Gut, der letzte wird, äh, der ist ein bisschen heftig, der letzte. Das ist, äh, nicht so hektisch. Wir waren zu spät dran tiefer. Was heißt denn da bei dir nicht so hektisch? Wir waren viel zu spät dran. Wunderbar. Haben wir's. Nein, Cloud macht sich keine Sorgen. Der sieht uns quasi fast. Der kann uns quasi fast sehen, Schätzelein. Boah, da ist jetzt auch mal richtig gerannt, ja? Sehr schön. So, hier müssen wir uns ein paar unschönen Viechern stellen. Wunderbar. Wunderbar. Naja, noch nicht ganz. Da kommen noch mehr von denen. Wunderbar. Die ist nochmal schöner durchgesprungen. Sehr geil. So, machen wir den auch noch blatt. Wunderbar. Und raus hier. Sehr gut. Hätten wir das schon mal geschafft. Weiter geht's mit Kapitel 11 Geisterstunde. Aber auch dieses Kapitel soll uns nicht aufhalten. So, hier müssen wir leider kurz warten, bis wir da ein bisschen geschwätzt haben. nennen es Eisenbahnfriedhof und sammeln hier Schrott. Hinter dem Bahndepot dort liegt Sektor 7, wenn ich mich nicht irre. Lasst uns da lang gehen, wo es beleuchtet ist. Beleuchtet? Da vorne. So, wir dürfen leider wieder warten. Und dann nehmen wir mal. Erst nachts kommt nicht nur Gerüchte? Na, das heißt... Hier soll es spuken. So, ab geht's hier durch. Ne, 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 ne. Nicht durchstehen hier, ne? Wir müssen nämlich erstmal jede Runde kämpfen. So, wir wollen nämlich hier hoch. Hier geht's nämlich weiter. Oh, das waren ein paar fiese, miese Viecher. Wunderbar. Hast du die Kinderstimmen auch gerade gehört? Aber natürlich haben wir die doch gehört. Jeder hat die gehört. so, ab durch diesen Waggon. Da quetschen wir uns auch mal durch in Ruhe. Und dann sehen wir jetzt gleich hier, wenn ihr da rechts rausguckt, sehen wir da gleich bisschen was fliegen. Nächsten Fenster, genau da. Da. Ist schon ein wenig unheimlich, wenn du da unterwegs bist. Auf diesem Friedhofsding. Das ist schon nicht ganz so geil. So, hier werden wir kurz ein wenig erschreckt. Aber auch alles ganz easy. So, die Viecher hier noch platt. Und dann war es das auch schon. So, wir folgen Eris. Puls hier hoch, hier wieder runter. Wunderbar. Und dann geht es auch hier schon weiter. So, wunderbar. Da haben wir auch die Käfer schon. So, den habe ich natürlich nicht gesehen, den Kollegen. Macht aber nichts. Weiter geht es über die ja, über den Schrott, würde ich eher schon sagen. Und da vorne wollen wir auf jeden Fall hin. Ja, und hier wollen wir auch auf jeden Fall rein. So, wir lassen die Mädels halt einfach mal hängen. Ist auch so geil. Seht mal, da vorne auch. Gehen wir mal gucken, was das war. Oh je, ein Geist. Wer hat Angst vor Geistern? Wir zum Glück nicht. So. Wir gehen wieder raus. Daraus wird leider nichts. Nix. Hä? Oh, wir haben den Träger verpasst. Scheiße. Sorry. Mist. Den Träger verpasst. So ein Scheiß. Aber klar doch. Vollkommen normal, Junge. Wenn du das Schwert in die Fresse kriegst, dass du dann noch dagegen halten kannst. Scheiß. Scheiß. Ich hab den Träger verpasst. Oh nein. So, jetzt hören wir, dass da nichts geht. Laufen nochmal hier rüber. So, da gehen die Lichter an. Die Tür müsste jetzt so langsam aufgehen. Und dann können wir uns nämlich da jetzt gleich auch reindrücken. Na komm. Mach die Tür auf. Wir wollen da rein. So viel dazu. Der war auf einmal weg. Genau. So, der funktioniert natürlich nicht. Heißt, wir können schon mal direkt da hinten rüber rennen. Auch hier müssen wir warten, bis die Geister gefunden wurden. Denn sonst öffnen sich die Türen nicht. Also, Eris guckt sich hier natürlich um. Guckt dann wahrscheinlich hier vorne rein und dann findet sie da was. Das können wir mal mitnehmen. So, wunderbar. Damit wäre die Tür offen. Und dann haben wir hier gegenüber das gleiche Spielchen noch einmal. Hier gehen wir rein. Dann müssen wir auf den Geist warten und dann können wir weiter. Natürlich. Aber hier war glaube ich nur einer. Ja. Hier war nur einer. Dann können wir hier schon runter. Können hier nach oben. So, hier geht's weiter. Wir können direkt den Weg nach oben nehmen. Können hier quasi fast alles ignorieren, was es hier so gibt. Und können direkt hier durchdüßen. dann wollen wir hier doch mal das Ding hier anmachen. So, und dann haben wir da schon mal unseren lieben Kollegen. So, dann hauen wir nämlich hier auch mal schön rein. Gehen mit Ende mit Schrecken da rein. Und dann sollte es das für ihn schon gewesen sein. Wäre halt schön, wenn die anderen auch mal angreifen würden. So. Kiefer kann jetzt gleich auch schon mal Magie wirken. Natürlich am liebsten Blitzgar. Damit treffen wir eigentlich am meisten. Und wir gehen auch mit Blitzgar rein. Autsch. Ja, aber ganz genau, Junge. Also, im schlechten Cycle hatte ich auch schon lange nicht mehr. Genau, damit gehen wir da mit rein. Magie, Folger und dann noch mal. Mehr kann sie nicht. Und dann war's das. Sehr gut. Und zurück zum Lift. So, hier haben wir jetzt eigentlich gar keinen Stress mehr. Hier laufen wir jetzt einfach nur noch durch. Wir sind auch gleich draußen. Tiefer, entspann dich. Das Wichtigste ist, dass wir den Kran jetzt erstmal hier herabsenken können und wieder weg können. Das ist erstmal das Allerwichtigste, dass wir wieder hier rauskommen. Alles andere ist quasi fast egal. Gut, wir mussten den Encounter nicht mitnehmen. Sehr gut. So, wir quetschen uns hier raus. Hm. So, dann können wir da schon mal die Eisenbahn-Schienenscheibe drehen. Na? Dass wir uns den Weg hier vorne öffnen. Hm. Sowieso. Auch schön. die haben wir dann hier quasi auch schon mal down. Wunderbar. Super geil. Der Cycle war mal halbwegs gut. Der ist halbwegs gut gelaufen, dieser Cycle. Das ist sehr, sehr schön. Ja, entspann dich, das machen wir doch jetzt. Wie von Geisterhand, ne? So ein Ding ist das. Wie von Geisterhand lässt sich die Lok bewegen. Wer hätte es gedacht? So. So. Da hinten haben wir noch einen Schimmer. Gegen den wir gleich antreten müssen. Verstärkung für Shinra. Wir holen erstmal die Lok jetzt hier zurück. So, hier wollten wir genau. Mir gerade nicht sicher, weil es ist. Okay. So, ich habe doch jetzt keinen Bock, mich mit dem aufzuhalten, stundenlang. Yoho. Alter. Das heißt, war okay. War super scheiße. Der Cycle war doch super, Mist. Das war nichts. Das tut mir leid, das war nichts. Aber wenigstens ist die Musik gut. Das ist die Hauptsache. Okay, hier gehen wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz reloaden hier. Hier holen wir uns mal ganz kurz aus. Das haben wir uns verdient. Mal kurz hinsetzen. Genau, jetzt haben wir hier schon unseren nächsten Kollegen. So, hier hauen wir nämlich jetzt richtig rein. Wunderbar. So, damit wäre Phase 1 abgeschlossen. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil er castet nämlich jetzt Reflect. da hat aber glaube ich keiner was, ne? Autsch. Da hat nämlich keiner was. Wieso kann sie das nicht? Ach, haben wir nicht mehr, ne? Shit. So, wunderbar. Jetzt ist das Ding nämlich down. war wunderbar. Das hätten wir nämlich. nicht. So, wir gehen hier nämlich jetzt selber mit Vollgas da rein. Oh, nur damit es auf jeden Fall zu Ende ist. Wunderbar. So, gefällt mir das doch, liebe Freunde. So, gefällt mir das doch richtig, richtig gut. Da können wir skippen. Wunderbar. Und dann sind wir auch schon in Kapitel 12. Jetzt geht's halt richtig, richtig, richtig ab. So, wir müssen erstmal eine von denen hier kaputt machen. was was auch immer das jetzt gerade war. So, da muss man immer erst eine von den Standardmauern kaputt machen, um dann dieses nihilische wie auch immer Wesen kaputt zu machen. Weil ansonsten könnt ihr da eigentlich keinen Schaden anbringen. so ein Ding ist das. Ja, Magie brauchen wir erstmal nicht. Jetzt wird's ein bisschen tricky. Ich glaube, hier können wir nämlich durchlaufen. Ich glaube, hier brauchen wir nämlich nicht zu kämpfen. Wir leiden einfach gar nicht. Sehr geil. Lass uns das hier machen. Das wird richtig gut. So, dich können wir da auch gerade so kaputt machen. Wunderbar. Ja, ich glaube, der Sitz passt einfacher, die mitzunehmen und oben die kurz zu gruppieren. Wobei eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. hier war eine Leiter, ne? Ja, da war eine Leiter, wunderbar. So, zack. Falsche Richtung. Auto. Ja, ja, macht ihr mal. Ihr könnt mich aber auch absolut mal gerne haben. hier müssten wir eigentlich ja, ganz come on Spiel. Greif doch einen anderen an. Alter, was ist denn das schon wieder Spiel? Junge. so, du auch, wunderbar. Alter, manchmal ist das also mega ätzend, wen er da anvisiert, warum auch auf einmal den Gegner anvisiert, der am weitesten weg ist. Ich glaube, man kann es irgendwie einstellen, aber das ist halt super ätzend. Super duper mega ätzend. So, hier kommt der Heli. Na komm, na komm, na komm, na komm. Schnauze. Das erste, was du hast. Schnauze. Bist du dir sicher, Tief, äh, Tief, das war schon, Eris. Bist du dir da sicher. Da kommt auch schon der nächste Heli runter. So, wir halten ein kurzes Mittagsschläfchen, weil wir gar keinen Bock haben hier drauf eigentlich, irgend so ein Mädchen zu retten, weil gar kein Bock zu. Ja, legt euch mal auf die Schnauze. Laufrichtig, Junge. Wie die halt alle übereinander drüber fallen, weißt du, wie ich mein. Genau, wir retten erst mal die kleine hier. Ist halt auch schön, dass sie sowas eingebaut haben, dass du so Nächstenliebe mäßig ein Kind rettest. Ist auch schön gemacht. Jetzt können wir endlich mal wieder laufen. Jetzt können wir endlich mal wieder laufen. Das ist so doof. Das ist so doof. So, sie pennt schon wieder. Hey, das ist so blöd, ne? Ich weiß, das hätten sie irgendwie besser machen können. Ich weiß halt auch mal gerne, wer das abgenommen hat und gesagt hat, ja, nee, das ist gut. Oder das ist okay so. Junge, da muss doch irgendeiner luck gesoffen haben. Äh, Lull. Bruder, wo laufe ich hin, ey? What the fuck? BTF, ey? Das war dafür, dass ich gelacht habe. War Digitur, Kutsche. Ist aber auch schön, Keiner passt, keiner passt auf das Kind auf, ey. Ich bring dich zu meinem Haus. Also, warum ist die auch alleine in der Bar? Was hat sie den ganzen Tag gemacht? So. Hm. Wir machen uns hier auch einfach mal nach oben. Hier müssen wir leider machen. Ah, shit. So, wunderbar. Das heißt, wir kommen hier weiter. Wunderbar. Das ist so ein Idiot. Das ist so ein Idiot. So, da hat es jetzt ganz schön böse geknallt. ey. So, Wir müssen jetzt leider eh ein bisschen warten. Genau, Volker. Oha. Da haben wir den anderen auch schon weggetroffen. Geil. Das war ja jetzt mal richtig gut. Genau, komm mal rüber. Das war gut. Das war mal richtig geil. Da haben wir den anderen voll mit erwischt. So, der Kram ist jetzt auch down. Wunderbar. Ähm, komm. Ja, ist egal. Müsste aber ganz genau aufgehen. Mit, äh, den MP. Glaube ich zumindest. Das nächste Mal heilen wir doch unten, glaube ich. Aber es sollte eigentlich passen, oder? Ich meine ja. Oh je, Cloud. Das Ding ist doch 10 Meter breit. Klar, ich würde mir auch in die Hose scheißen da oben, aber... Da kann es halt auch laufen, Junge. Du warst doch bei Soldat, Junge. Was ist los mit dir? Was ist denn los mit ihm? So, wir gehen eine Etage höher. Da können wir uns nochmal ausruhen, bevor es dann zum Kampf gegen Reno und Root geht. Auch wie die Funken hier so fliegen und so weiter, das ist schon ganz geil gemacht. Das ist schon ganz gut gemacht. Da hat man schon den guten Barrett. So. Das wäre Phase 1 gewesen. Ja, ich weiß. Das wissen wir doch, Mensch. Was? Verdammt. Hier macht wohl jeder Vollidiot einfach, was er will. Hm. Genau das. Sehr schön. So. Jetzt wird gegrillt. Feuer! Ja, okay. Da haben wir es schon geschafft. War schon maxed out. Keine Scharfwurf durchgeführt. Nachladen eingeleitet. Komm schon. Nicht so nah. Du bist am Zug. Jetzt ist recht. Ja, okay. Wir warten jetzt noch auf ihn. Okay, cool. Mehr geht immer. Wir müssen leider noch ein bisschen warten. Rino, zieh dich zurück. Mhm, 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 mhm. Okay, er kommt. Ja, das dauert leider alles ein bisschen. Na, komm schon. Ich bin gleich wieder da. So viele? Oh, ich glaube, irgendwas geschieht hier mit dem Encounter nicht. Es könnte doch sein, dass wir den Kampf neu starten müssen. Ich habe da mal zu schnell zu viel drauf geballert. Ich gucke mir das jetzt noch zwei Minuten an und dann, äh... Okay, wir müssen den Kampf neu starten. Das ist ne Scheiße. Das ging irgendwie hart in die Hose. So, das wäre das. Und dann werden wir gleich erstmal den Heli machen. Ich glaube, Rino ist, äh, zu schnell down gegangen, nachdem er wieder kam. So ein Schrott. Aber hatte ich auch noch nicht. So, machen wir das. Abwurf durchgeführt. Nachladen eingeleitet. Okay, jetzt sollte das, glaube ich... Ja, jetzt passiert hier nämlich was. Wunderbar. Genau das. Und das ist nämlich eben nicht passiert. So ein Schrott. Ich hoffe, dass Kampf neu laden überhaupt geht. Aber was sollte eigentlich kein Problem sein. Wie gesagt, gar nichts dafür, dass es gehangen hat. So ein Schrott. Ja, aber wir haben genug Magie bei allen vorrätig, dass es, äh, losgehen kann. Ähm, Volga auf ihn und hier. Ja, egal. Easy. Na komm, Cloud. Aber habe ich auch noch nicht gehabt, dass das, äh, so in die Hose gegangen ist. Oder das generell mal ein Kampf in die Hose gegangen ist. Das habe ich noch nie gehabt. Und vor allem muss ich auch sagen, das Game läuft halt auch einfach super krass. Und es läuft halt einfach gut. Der, äh, PC-Port. Muss man einfach sagen. So, das Ding können wir jetzt erstmal wegdäunen. Und dann machen wir uns zusammen mit Barrett mal auf den Weg zu Marlene. So, hier gibt es auch einen Skip. Einen Chapters Skip. Den habe ich aber leider nicht hinbekommen. Ähm, der würde so viel Zeit sparen. Der wäre so mega nice, aber den, ich ging leider nicht hin. So, wir folgen Barrett. Der kennt den Weg natürlich. Auch wenn er wahrscheinlich noch nie hier war. Ist mir aber auch ein Rätsel, dass es, ähm, ja, so aussieht, dass nie, nie, als wären die noch nie hier gewesen. Die Frage ist, was haben die denn früher gemacht? Wo sind die groß geworden? Und so weiter und so fort. Das, äh, wäre auch schön, wenn man das vielleicht mal auflösen würde. Wenn man da ein bisschen Background-Story zu denen kriegen würde. Wäre eigentlich ganz cool. Ja, wir werden dir auch auf jeden Fall helfen. Ja, natürlich. Wie könnten wir das denn nicht tun, Barrett? Wie könnten wir dich denn da im Stich lassen? Jetzt ist es aber erstmal wichtig, dass wir deine Kleine finden. Das ist erstmal das Wichtigste. So, wir sind zumindest schon mal... Das ist schon Sektor 5, oder? Genau, in Sektor 5. Ja, das ist das Randgebiet. Noch ein Stück. Lauf schneller, heb die Füße an. Gib halt das Tempo vor. Die stehen immer noch da. Ja, die haben halt echt nichts zu tun, ne? Die ganze Zeit nur Fernseher am Gucken. Aber guck mal, wir haben es doch gleich geschafft. Das ist das Haus. Arlene! Hüten! Waren wir halt auch die Tür aufreißen, dann so rein stürmen. Da steht er noch so ganz ruhig. Wo ist sie? Wehe, ihr weckt mir die Kleine auf. Junge, jetzt hätte ich das nicht gehört, so wie der hier am Rumbrüllen war. Der Kollege. Kannst du dir das erzählen? So, ab dafür. Das Sektor 7 ist verschüttet. Durch die Trümmer kommen wir nicht durch. Was sollen wir tun? Wir nehmen den Tunnel auf dem Spielplatz. Ah, gute Idee. Und wie kommen wir da hin? Wir kommen einen anderen Weg. Weiß ich von Eris. Hm, echt praktisch, so eine Verbündete vom alten Volk, was? Sorry, ist mir so rausgerutscht. Ja, ist dir so rausgerutscht. Entspann dich, Junge. Alles gut, Barrett. Alles gut. Oh, jetzt bin ich aber scheiße gelaufen, glaube ich, oder? Ne, doch, passt. Passt, 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 passt. Passt. So, wir sollten gleich zum Tunnel kommen. Circa 200 Meter. Das hat vielleicht gekracht. Ob das ein Unfall war? Ja, ja, das war nur ein Unfall. Da ist jemandem nur irgendwo was umgefallen und dann ist halt so alles zusammengekracht. So ein Ding war das. Ah, wie Midgar halt so komplett auseinanderfällt. Weißt du, wie ich meine? Midgar fällt so hart auseinander. Das ist so heftig. Naja, ist ja nicht so, als wird es hier kaputt gebombt. Wir platzieren Bomben, die platzieren Bomben. Eigentlich jeder machen, was er will, ne? Die Frage ist aber halt, wo haben die so viele Bomben her? Bombenstimmung und so ein Krams. Ne. Gut, ich meine, den Reaktor musste schon zerstören, damit die aufhören. Das ist klar. Ist halt die Frage, geht es auch anders oder halt auch nicht oder whatever. Die mussten wir machen, ja. Nimm halt einfach mal. Wofür visier ich denn andere an? Mensch Cloud. Du kannst ja gar nichts. Es ist halt wirklich schade, dass wir hier nochmal durch müssen. Ja, es ist wirklich schade. Eine Sackgasse. Mist. Versuchen wir es da. Ziemlich gefährlich. Aber nichts, womit wir nicht fertig werden. Mhm. Ganz genau das, mein Freund. Und da sind wir auch schon durch. Hier kriegen wir jetzt wieder ein bisschen, äh, Besuch. So, die sind ja schon tot. Diese hätten wir auch umlaufen können, ja. Ist aber halt auch immer die Frage, ob es lohnt oder nicht. Das hier lohnt auf jeden Fall. Komm. Damit brauchen wir uns auf jeden Fall nicht aufzuhalten. Hier, die müssen wir glaube ich machen, äh. Ja, die mussten wir nämlich machen. Sage ich doch. Hier, die, mhm, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich meine aber schon. Die sind irgendwie nämlich sonst hinterhergelaufen oder so. Genau, weil nämlich hier die Spackus noch kommen. So, ab dafür. So, die müssten jetzt aber alle down sein, oder? Wunderbar. Auch hier nehmen wir wieder das blaue Gleis. Gut, hier fährt halt auch einfach gar nichts mehr. Zack, zirapp. Die müssen wir machen. So, weil jetzt können wir halt hier die nicht benutzen, die Leiter. Ja, nicht nur du hast Angst davor. Ich glaube, da haben wir alle Angst vor. So, da drücken wir uns einmal durch. Und wir sind auf dem Spielplatz. So, hier ruckelt es noch mal kurz. Ja, was heißt kurz? Hier ruckelt es noch mal ordentlich. Nur noch ein bisschen. Da vorne ist schon Sektor 6. Und was ist mit Mama? Sektor 7. Aber wenigstens leben wir noch. Und jetzt komm, weiter. Hey, hier. Du hättest mit in den Trümmern zurücklösen wollen. Sag doch nicht sowas. Wir haben uns bisher überirrt. Wie durchgeschlagen. Hier kommt halt noch relativ viel runter. Da musst du halt wirklich noch sehr, sehr vorsichtig sein. Hey, ist da jemand? Los, antwortet! Ist hier noch jemand? Wir sind hier, um euch zu retten! Hallo! Wichtig ist, dass wir unsere Freunde finden. Das ist das Allerwichtigste. Sind hier noch irgendwelche Überlebende? Hallo! Auf drei. Eins. Zwei. Ist auch fast die Katze platt gemacht. Ja, jetzt gehen wir erst mal Wedge retten. Den finden wir ja jetzt gleich. Mehr oder weniger. Zumindest das, was noch davon übrig ist, ne? So, Kitty Cat, mach dich mal da weg. Wir wollen auch hier runter. Das stimmt. Hier sieht's auch hart aus nach Shinra. Okay, wir schießen uns erst mal den Weg frei. Dann lassen wir mal ganz kurz checken. Gleich der erste Weg nach links müssen wir durch. So, hier kriegen wir mit Barrett. Das kriegen wir eigentlich sehr, sehr gut hin. Da haben wir eigentlich wenig Stress hier. So, damit sind die Wehrratten direkt erledigt. Die hier sowieso. Das hier geht halt super schnell eigentlich mit ihm. Und wir wollen auf jeden Fall hier durch. Tja, das ist eine gute Frage. Ernsthaft, nicht getroffen? Ach, come on, du bist doch verarschen. Tja, Hunger. Kannst dir nicht vorstellen, dass er nicht getroffen hat. So, das treffen wir aber auf jeden Fall, oder? Wunderbar. So, ab geht's. Wir wollen doch, wir wollen auf jeden Fall hier durch. So, auch ihr seid jetzt down. Wunderbar. Überall Schindra. Da hast du wohl recht. Jetzt zeig ich mir von meiner besten Sankte. Ich werde sie mit Stumpf und Stil aussorten. So, hier haben wir ein Nest, was wir zerstören sollen. So, damit wäre das Nest auch zerstört. Und wir können endlich weitermachen. Und dann kommen wir tiefer mal zur Hilfe. Die freut sich ganz bestimmt. Ja. Gut, wie denn auch sonst, ne? Oh, du wirst jetzt echt nicht sagen, dass wir da nichts getroffen haben. Schade. Schade, 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 dass wir da nichts getroffen haben. Wir brauchen noch mit denen hier definitiv mehr Magiepunkte. So, der gute Barrett, ähm, Volga, ja. Sonst bleibt dir nichts anderes wie Chris. So. Ich hoffe, dass wir das mal, ne? So, der letzte Weg nach oben. Ah, okay, hier haben wir nochmal die Fischer hier. Oh, 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 oh. Ja, ist gut gelaufen. So unheimlich wie abstoßend. Hier müssen wir einmal heilen. Das brauchen wir nämlich jetzt gleich. Wenn wir hier durch sind, war das hier. Entweder hier oder genau ein Stückchen weiter. Wenn wir gegen diese, äh, schwarzen Viecher da kämpfen. Ah, das kommt. Genau. Weil hier kann man nämlich richtig Schaden anbringen mit ihr. Dann noch mit Entfesselung, dann geht es sowieso richtig ab. So, damit kann man nämlich richtig was machen hier. Na, kommt her. Alter. So, da gehen wir mit Folger ran. Das wird mir langsam zu leistlich. Es kommen immer mehr. Wir müssen den Lüftungsschaft versiegeln. Geh du. Okay, gib mir Deckung. Yo, ist ja gut. Na, komm, Wurz. Wir gehen hier hoch und erledigen das mal. Oh, da kommt schon der Big Boss. So, wir kämpfen uns jetzt hier einmal durch. Oh yeah, geil. Wunderbar. Wunderbar. So, ähm, wir können jetzt erst mal hier, wir gehen mit Icegar erst mal ran. Wir gehen wieder den beschissenen Cycle. Leider. Das hat jetzt leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, haben wir das. So, jetzt bringen wir den guten Wedge erst mal weg. Bringen ihn erst mal in Sicherheit, dass er sich ausruhen kann. Er hat gut gekämpft. Hat alles gegeben. So. So. Wir verlassen abermals das Haus. Oh, der gute Barrett wartet nämlich da oben auf uns und will noch kurz mit uns ein bisschen sprechen. Oder braucht zumindest mal gerade jemanden zum Reden. Sagen wir es mal so. Aber wer kann es ihm auch verdenken bei den ganzen Ereignissen, die die letzten Tage quasi hier in Midgar passiert sind. Brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst. Wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Züge fahren schließlich keine. Dann laufen wir hart entlang der Schienen. Völlig ausgeschlossen. Im Ausnahmezustand können wir alle bekannten Routen und Wege vergessen. Was schlägst du dann vor? Kennt einer von euch einen Geheimweg? Wir nicht, aber jemand anders garantiert. Genau der. Dann begeben wir uns doch mal zu Corneo. Oder gesagt, zu Corneos Anwesen erst einmal. Oh je, diese dumme Reporterin. Diese blöde Reporterin. Nein, ich kann ihr nicht helfen. als ehemaliger aber solltest der Sturz der armen Tiere mit... Wir hatten dir. Vielen Dank. Mir fehlen insgesamt... Wenn sie ihr Gemüse bekommen, sollten sie sich beruhigen und von alleine nach Hause... Weiß gar nicht, können wir eigentlich von hier aus reisen? Hätten wir jedenfalls darüber reisen können? Wahrscheinlich, gell? Egal. Egal, wir laufen jetzt einfach den Weg. Passt schon. Muss ich mir dann später nochmal angucken. Naja, was soll's. Das ist eine gute Frage. Aber alles, was man machen kann, hilft wahrscheinlich hier schon in dieser Situation, in der sich die Menschen hier befinden. was soll's. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Kein Kommentar. Ich will nicht drüber reden. Eine Geschichte, die Barrett niemals erfahren wird. Glaube ich zumindest. So, rein da. dann geht es auch hier rein. Und endlich können wir die Villa mal normal betreten. Müssen uns mal nicht hier irgendwie so komisch verstecken. wir treffen hier gleich auf den, ähm, seinen Namen schon wieder vergessen. Auf ihn. Ja, wir wollen runter. Seid ihr soweit? Ab in die Kanalisation. Da kennen wir uns ja jetzt auch schon aus. Den Weg kennen wir ja in und auswendig schon, ne? Haben wir ja eben schon. Wie die alle laufen. Gut, dann ab dafür, mein Freund. Dann lass uns mal vorlaufen. So, den hier mussten wir mitnehmen, den ersten Gegner. Anders ging's nicht. Doch, wir müssen hier runter. Klar. Zugleich den ersten Gegner müssen wir auf jeden Fall machen, sonst kommen wir nämlich nicht weiter. Alter, ernsthaft? Das ist heftig. Das ist heftig und nervig. Die brauchen wir erstmal nicht, die Bank. Genau, hier unten. Ja, muss ich jetzt, wieso erstmal gerade gucken? Wir laufen jetzt hier hoch und dann genau den Weg, bis wir jetzt erstmal laufen. Wunderbar. die sind uns jetzt erstmal egal. Bereit zum Angriff? Das ist, dass ich das noch weiß, dass ich hierher laufen muss. Alter. Es ist mir eine Rache. Es ist mir eine Rache. Wunderbar. Das war schön. Genau hier wollen wir nämlich hin. Wunderbar. Dieser scheiß Schaum. Dieser Schaum geht mir so hart auf Piss. So, ab. Let's go. Dann bring uns da doch mal bitte hin, mein Freund. Genau, Leslie hieß er. Das war sein Name. Schatimt. So. Was für Warte. Wir erreichen gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Ja, geh du mal voraus. So, das kleine Arschlochvieh hat uns etwas geklaut. Oder etwas gestohlen, sagen wir es so. Ja, die müssen wir, glaube ich, machen. Das Thema hatte ich nämlich schon mal. Beziehungsweise, die da müssen wir machen. Perfekt. Perfekt reingelaufen. Mehr dürfen wir aber jetzt nicht verbrauchen. Ansonsten gibt es nämlich Probleme. Ein Mana-Management ist nämlich absolut beschissen. Shit. Das war falsch. Wir müssen hier rum. So. Lohnt fast nicht, äh, Magie zu wirken. Das lohnt fast, Gornet. Alter, das ist so wunderschön. Das ist so wunderschön. Hier lohnt es sich schon. Wie wir halt einfach von hier aus Magie wirken könnten und es wäre tot. So. Oh, wunderbar. Den haben wir auch richtig schön gekriegt. Den haben wir noch mal an den Füßen gekitzelt. Mit unserer Attacke. So, wenn wir mal Glück haben. Ne. Leider nicht genug getroffen. Hier hätte ich jetzt auf ein bisschen mehr Treffer gehofft. Oder dass wir zwei, drei treffen. Mhm. in die Enge getrieben, ganz klar. Wunderbar. So, wir folgen dem Vieh noch mal. Damit sollten wir es jetzt in die Enge getrieben haben. Zumindest denken wir das. Zumindest denken wir das alle. So, ab dafür. Und wir folgen eben zur letzten Schlacht. So, easy. Wie gesagt, die liegen ja relativ zügig. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Hinsetzen sollten wir uns gleich aber. Wobei wir eigentlich mit allen, ähm, ja, wir müssen halt die ATB-Leiste vollkriegen. Und, ähm, müssen wir mal gucken. Ja, das müssen wir mal gucken. Weil dann kriegen wir die Gegner eigentlich relativ zügig down. Aber wir können uns ja im Vorraum nochmal hinsetzen. von daher passt das. Da ist auch schon die Tür, zu der wir wollen. Äh, jetzt steht bitte Leslie nicht im Weg. Aha, jetzt. Wartet hier kurz. Ja, ja, klar. Ob der Typ da drin alleine klarkommt? Ja, ja, klar. So, das hier müssen wir mal machen. Ist auf jeden Fall besser für uns. Dann wollen wir doch mal gucken gehen, was hier abgeht. So, hier haben wir unseren... Shit. Obwohl, wir können mal ganz kurz Blitz auf... Blitzgar auf, äh, ihn machen. Genau, da treffen wir nämlich ein bisschen mehr. Sicher ist sicher. Genau, sehr schön. Folger auf den Schwanz und hier auch Folger auf den Schwanz. So, der Schwanz ist ab. Das ist schon mal sehr schön. So, wir können aber jetzt schon mal Ende mit Schrecken da rein. Ähm, Barrett kann wieder mal mit Folger auf den Akku. So. Und da ist er down. Alter, liegt der im Weg. Und wir bleiben dran hängen. Was ist denn heute los mit dem Run? Was ist denn heute los? Ich habe mir vor, den hätten wir jetzt auch noch mal machen müssen. Gegen Reno und Ruth mussten wir auch neu laden. Also den Kampf mussten wir neu starten. Alter, was ein Schrott. Was ein Schrott. So, wir machen uns hoch und ja, wir sind uns sicher, dass wir los wollen. ja, wir wollen wirklich los, ja, wir wollen wirklich los, Barrett. Und damit werden wir zumindest schon mal mal in Kapitel 15. Hier kann jeden Moment alles einstürzen, Leute. Wo ist mein Papa? Ich habe Angst. Brauchst du mich zu haben? Er ist sicher bald zurück. Bist du verletzt? Hier bricht alles zusammen. Hier bricht alles zusammen. Wir können auf uns aufpassen. Ja, Keule, entspann dich. Wir können schon auf uns aufpassen. Ich denke mal, das kriegen wir sehr gut hin. Ja, komm hier, die können wir auch alle in die Luft jagen. Und hätte ich den Mittleren erwischt, hätten wir vielleicht alle drei kaputt gemacht. Naja, man kann nicht immer alles haben. Man kann nicht immer alles haben. So waren die. Genau, das kann man nochmal machen. Aber diesmal machen wir das anders. Blitzker. So, die trifft sie nämlich wenigstens richtig. So. Bevor ich mich jetzt mit den scheiß Viechern aufhalte. Ganz oft. Gut, mit Barrett hätten wir wieder reinhauen können. Das stimmt wohl. Ja. Da haben die wenigstens auch was zu tun. Wir machen ja auch die ganze Arbeit hier für die anderen, oder? Dann können die uns auch aufkratzen gehen. Zeit für unsere Seite zielt auf dich. Ich verrate euch mal. Hängt hier vielleicht irgendwo ein Zeil rum? So, hier werden wir auch gleich schon wieder von ein paar Begrüßen. Ich zähle auf dich. Ich mache das. Cloud. Wo haust du denn auch hin? Ja, wir hätten das jetzt da machen können, aber ist gut. Die wollen wir aber auch nicht triggern, die Cut ziehen. Genau, die Kollegen müssen wir machen. Da bleibt uns leider nichts anderes übrig. Genau, Barrett war zu schwer, deswegen sind wir runtergefahren. Weglaufen bringt hier nämlich nichts. Den machen wir so platt. Der nervt nämlich einfach am meisten. Barrett. Ist auch ohne Scheiß. So, lasst die mal da kommen. So. Dann machen wir das nämlich mal so. Barrett im Palaz. So, holen wir den erst mal runter. Der Applaus lässt auf sich warten. Dann wird es Zeit für eine Zugabe. Sehr gut. Weil wenn wir hochlaufen, dann könnte es sein, dass die unten festhängen. Dann haben wir ein Problem, dann müssen wir ihn nochmal zurücklaufen und das ist halt alles, das ist alles nichts. Mit einer Seilpistole bestimmt. Hoffentlich bricht nicht wieder was ein. So, hier erwarten uns nämlich Gegner, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit benötigen. Palim, 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 palim. Genau. Wir wollen nämlich einmal da nach oben. Können wir hier das umlaufen? Ne, hier war das noch nicht. Okay. 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 Das ist auch wunderbar. Ich glaube, ein Encounter müssten wir umlaufen können. Ja, perfekt. Das geht. Man muss es nur versuchen. Oh, voilà. Dein muss man auch. Hier können wir raus. Hier kriegen wir dann auch den ersten von denen da. So, wunderbar. Das ist auch nicht wirklich, nicht, dass du sowas hinkriegst. Ach, nein, Tifa, das war doch nur Spaß. Darfst du nicht so ernst nehmen, mein Schatz. Das darfst du nicht so ernst nehmen, Tifa. Ja, dass wir endlich anfangen, den richtig in den Arsch zu treten. Und zwar direkt dem Direktor und so weiter und so fort. Ah, Lord Longhi, du bist auch noch da. Heftig, da bist du auch gerade. Ja. Jetzt, du meinst hier Kapitel 15 oder was, ne? Ja, ich finde, also, Kapitel 15 fand ich schon geil, weil ich das erste Mal gespielt habe. Aber hier hat so ein bisschen, ich weiß nicht, hätte gerne hier noch so ein, zwei andere Sachen gesehen. ist wieder meckern auf hohem Niveau, ich weiß, aber, so, wir kümmern uns erst mal um den Schimmer. So, hier können wir nochmal mit dem hier. Da geht auf jeden Fall noch mehr, ne? So. Also irgendwie auch noch so, dass doch so Teile wegbrechen oder du hier noch ein bisschen mehr erkunden kannst. Das ist wieder so hart geradlinig. Quasi ist ganz genau so nach dem Motto wie im Originalspiel gemacht, muss ich sagen. Da geht es ja auch eigentlich nur geradlinig. Auch in dem Original, wo du noch so da rumschwingen musstest, um da hochzukommen und wo du so überall hochlaufen musstest. Alter, das war schon, das war damals schon cool. Das war schon verdammt nice, muss ich sagen. Das war schon verdammt geil. Da, da, da. Ach, schön. Ja, das war's. So richtig Nostalgie, ne? Ja, und hier habe ich ein Problem. Ich weiß, ob das von den 120 FPS kommt. Aber auf jeden Fall siehst du ja immer ein Problem. Okay, das hat straight funktioniert. Krass. Aber jetzt hänge ich hier fest. Super. Ich weiß, auf der Playstation hatte ich das Problem nicht. Da bin ich super easy durchgekommen. So, hier kommen jetzt zwei von den Viechern, ne? Genau, wenn die sich jetzt, ja, ist ja egal. Die stehen zwar weit auseinander, aber geht das? Perfekt, das geht. Weil dann machen wir das nämlich jetzt nochmal. Wunderbar. Brauchen wir uns hier nämlich schon null mit rumzuärgern. Müssen wir uns hier gar nicht erst mit rumärgern. Da habe ich nämlich gar keinen Bock zu. Auch hier kein Bock. So, weg. Hier gehen wir mal kurz heilen. Was heißt kurz heilen? Die MP aufladen. Ansonsten klappt es nämlich nicht. Ich glaube, es ist zwar auch nicht der richtige Weg, so viel über Magie zu machen, aber nicht schon wieder. ich bin hier immer so, ich bin hier so lost, ne? Ich laufe jedes Einzelne mal falsch, egal wie oft ich hier diese Section laufe. Das wollen wir auch. Und dann wollen wir da hoch. so, wir dürfen hier einmal kurz weglaufen. So, jetzt können wir gegen ihn kämpfen. Gegen den Heli schützen. Oh, ich bin auf tiefer gewechselt. Ups. Das war jetzt mehr Lost Miss sein Vater. So. Na komm. So, da kommt der Heli Schütze schon mal gerade runter. So, wir machen hier mal ein bisschen. Und da ist der Heli Schütze down. Sehr schön. Und damit wären wir auch schon in Kapitel 16, liebe Freunde. Das läuft doch halbwegs gut. Dann machen wir mal Shinra ein bisschen Feuer unterm Hintern. Und stürmen mal deren Headquarter. Das sieht so geil aus da unten. Ich wünschte, wir könnten das ja alles frei erkunden. Ich hoffe, wir könnten da vorne auf dem Hauptplatz rumlaufen und so weiter. Das wäre so geil. Ich will ein noch größeres Remake. Ich will Remake 2 vom Remake. Dass wir so richtig Open World technisch da rumlaufen können. Und einfach wirklich alles erkunden gehen können. Das wäre so genial. Das wäre so fucking genial. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich nie passieren. Wunderbar. Ach ja. Behaupten die immer, ne? Wie das Himra-Gebäude braucht man Wochen? Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber stell dir das vor, hier wäre alles so komplett Open World. Das wäre so massiv. Das wäre so ultra geil. Das wäre so richtig nice. Wäre ultra geil. Wenn du komplett Shinra irgendwie erkunden könntest. Das wäre es halt echt. Das wäre es halt echt. Ja, okay, schade. Ich dachte, der Hund kommt ein bisschen schneller angelaufen. Ja, crap. Ja, so ein bisschen. So, machen wir den gerade so platt. Die können wir aber mit einem gekonnten Angriff können wir die platt machen. Nein, lauf doch nicht weg, Diggy. So, hier geht's auch ab, Junge. So, machen wir da nochmal ein bisschen Feuer. Diggy, die halten halt schon ordentlich was aus, ne? Nein, bloß nicht. Bloß nicht, hat auch keiner mitgekriegt, Junge, was hier alles so in die Luft fliegt und so, ne? Ist klar. Denkst du tiefer? Heute wäre ein bisschen schlechter, hat Cloud leider recht. eine Laserbarriere diese sehen wir mal oben nach. Wäre halt schön, wenn die nicht so hart flimmern würde. entweder mit dem Fahrstuhl oder der Feuertreppe. Die Forschungsabteilung ist ganz oben, oder? Feuertreppe? Wir nehmen natürlich den Fahrstuhl. Och, also Feuertreppe mache ich hier heute nicht, aber Fahrstuhl ist dann doch schon angenehmer. Sind glaube ich drei Kämpfe oder so, die wir dann haben. Leider müssen wir hier runterfallen, habe ich heute gemerkt, habe das heute nochmal ausprobiert, hier einfach nur rüber zu springen. Leider müssen wir dieses Minigame so gesehen machen. Und sie ist heute auch hängen geblieben schon mal. Das war auch schön. Ja, ich mich auch. Und bleibt sie hängen? Ja. Ne. Er ist so halb hängen geblieben. Bisschen ätzend. Ist ein bisschen nervig, dass es da immer so rum hakelt quasi. so rüber geht es. Ey, tiefer. wunderbar. Und hier geht es dann direkt schon weiter. Ich weiß nicht, ob ich immer von oben oder von unten drauf gucken soll, was besser funktioniert. Naja. Wir kriegen jetzt schon hin. Äh. Hier müssen wir hin. Tiefer. Bitte. Bitte tiefer. Mach jetzt nicht so faxen. hab ich mich heute auch voll dran aufgehangen. Heute oder gestern? Voll dran aufgehangen hier an dem Stück. Irgendwie nicht gesehen. Mhm. Ja. So. Dann holen wir uns mal die gute Schlüsselkarte. Bin jetzt schon froh, dass uns hier sonst nichts mehr passieren kann. Das, äh, ja. So, jetzt müssen wir hier eigentlich nur mal kurz mal was drücken. Och, dann geht das schon. Und da haben wir die Schlüsselkarte. und jetzt geht es eigentlich relativ zügig. Eigentlich, wenn es nicht so lange dauern würde. Nein. Ach ja, wunderbar. So, einer der Aufzüge wird kommen. Und es ist dieser hier. Okay, auch nicht der beste Cycle. Da hatte ich schon bessere. Ja, der war schon was angenehmer. Okay, wir müssen uns einmal für die Führung anmelden. Sie wünschen ein Unser Besicht. Bitte folgen Sie am Ausgang erst danach und nun müssen diesen verdächtig nicht wahr? Die sollen es ruhig versuchen. Was sollen sie sonst machen Barrett? Normalen Schlüssel mitnehmen oder was? Naja, hat Barrett eigentlich schon recht. So, dann nehmen wir doch mal an der Besichtigung teil, die keiner haben möchte. So, hier haben wir jetzt ein klein bisschen Zeit, um ein Päuschen einzulegen. so hauptnah wie hier atmen die Geschichte nirgendwo sonst. Ja, das ist halt wieder so toll. Wisst ihr, es ist so wundervoll, dass wir uns das ansehen müssen. Oder eher gesagt antun müssen. Ich weiß nicht, da kriegst du halt auch einfach nur Aggressionen. Da kriegst du einfach nur Aggressionen. Da die Schmierlaß schmierst. Nein. Im nächsten Teil unserer umfassenden und einzigartigen Ausstellung stellen wir Ihnen unsere einzelnen Abteilungen vor. Sie werden staunen, in welchen Bereichen Shinra neben der Energieerzeugung tätig ist. Seien Sie gespannt. Oh, alte Bekannte. Davon haben wir schon so einige verschottet. Hm. In diesem Teil der Ausstellung haben Sie erfahren, in welchen Bereichen Shinra tätig ist und was der Konzern bislang schon vollbracht hat. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir nutzen unsere Errungenschaften, um ihr Leben Tag aus sicherer zu machen. So, gucken wir uns das halt auch noch an. Uns bleibt ihr leider halt auch nichts anderes übrig. Ja, so frontal auf das Gebäude zuzulaufen oder irgendwie so, das wäre auch so voll geil. Das wäre halt mega gut, wenn wir auch nochmal die einzelnen anderen Sektoren zurück könnten. Das Midgar Modell auch sehr geil. Fällt mir auch mega gut. So als hätte ich gerne zu Hause. Boah, da bin ich auf dieses VR-Ding im Cosmo Canyon gespannt. Das war ja damals schon geil. Das Ding im Cosmo Canyon, das war damals schon fett geil. Wie immer muss das jetzt erst werden. muss doch jetzt dann richtig geil werden. Schöne Glotze. So ein Büro würde ich mir halt auch hart gefallen lassen. Ja, da sagst du was. Das wird so genial. Das wird so richtig geil. glatt. Willkommen in der 63. Etage. Eine Oase der Ruhe für all unsere Mitarbeiter. Ach, der gute Barrett. Ja, Gold Saucer wird bestimmt mega gut. Gold Saucer wird häptig, denke ich. Das wird richtig knallen, die Gold Saucer. Denkt an die Losung. Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Alles klar. Was ist das? Ein Kampf Simulator. Der wird zu Trainingszwecken eingesetzt. Also ich finde, die muss auf jeden Fall größer werden wie in Final Fantasy 14. Da ist die Gold Saucer schon geil. Da muss größer und mehr. Das muss richtig geil. Da müssen sie also richtig auftrumpfen. Und ich bin gespannt, ob wir die Weapon Fights bekommen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Kriegen wir beide? Ja, wunderbar. Na, wir können gerade nicht zaubern. Schade. Hatte ich auch noch nicht. Ja, ich hoffe, dass es wirklich gut umsetzen. Das ist halt meine größte Befürchtung, dass es halt vielleicht nicht so gut umsetzt, wie wir uns das jetzt vielleicht hoffen oder vorstellen. Bin gespannt. Kannst halt eh nicht erwarten, bis es rauskommt. Das könnte ruhig jetzt schon da sein, das Game. Na, komm, let's go. So, wir treffen noch ein paar alte Arbeitskollegen. Ich wollte das, glaube ich, auch mal machen. Einfach mal gucken, ob man hier auch wirklich auf die warten kann oder so. Wäre auch lustig, wenn die wieder kommen würden. Wäre auch nice. ist Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung von Eris geht vor, nicht wahr? Ja, wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher Rägen wir unsere Möglichkeiten ab. So, aber so langsim geben wir die schlüsselkarten halt auch auf den Keks. Wir können wahrscheinlich schon mal rüber laufen. Ja, Tifa macht sich wieder ins Hemd. Komm einfach mit, alles wird gut. Tja, heutzutage kannst du doch eh als egal was, egal auf welchen Klo gehen, von daher ist doch egal. So, wir folgen erstmal dem Weg mehr, bleibt uns ja eh nicht übrig. So, als erstes biegen wir rechts ab, weil anders geht's halt nicht. Hier an der ersten T-Kreuzung biegen wir links ab. Das ist auch wieder ein bisschen blöd gemacht. Die Waffe ist schon geil. Die Waffe ist schon gut. runtergucken müssen wir hier nicht. Das könnt ihr, wenn ihr die Story spielt, könnt ihr da gerne mal runtergucken. Kann man ein paar reingucken. Aber ansonsten ist das nicht nötig. So, hier biegen wir rechts ab. Und dann biegen wir hier nochmal rechts ab. Wir folgen quasi dem Kabel. Na komm. Das ist super ätzend zu drücken und dann müssen wir noch einmal links und sind wir da. So, das war's schon. Dafür sind wir jetzt dahin. So, jetzt folgen wir erst mal dem guten Hojo. Jetzt folgen wir ihm erst einmal. Wer hätte das gedacht? Er ist also wirklich hier aufgeteilt. so, na komm. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. wir geben wir geben uns halt richtig hart Mühe hinterher zu kommen. Also, wir geben alles, was wir haben. ist nicht so, als wäre ich ausgewichen, ne? so, wir greifen erst mal die linke Hand an. Ja. So. So, der saugt sich da nämlich wieder voll. Und wir gehen jetzt mal gleich mit Blitzker auf alle und alles. Auf alles und alle. Irgendwie so. So, linke Hand. Äh, tiefer kann mit Folge auch noch mal auf die linke Hand gehen. Hohohoho. So, der ist jetzt gleich eh schon wieder soweit. da ist er nämlich wieder im Schock. Ich weiß gar nicht, kriegen wir das hin? Kriegen wir ihn so tot? Ne. Okay. Ja, boah, wir können ihn noch ein bisschen angreifen. Dann kriege ich wenigstens wieder ein bisschen ATB dazu. Da säuft er sich noch mal voll. Castet quasi Miasma. Folger, linke Hand. Folger, linke Hand. Tifa kann noch mal kurz Folger auf die linke Hand. So, hier kann man noch mal ordentlich reinhauen. der kann auch noch mal bis jetzt Kapitel 16. Ja, sehr geil. Genieß die Story. Genieß sie einfach. Das ist das Beste, was du machen kannst. Story genießen, alles erkunden. Guck dich um. Hier in Kapitel 16 gibt es einiges zu holen. Genau. Und mehr möchte ich auch gar nicht sagen. Also nicht durchrennen oder durchrushen. Das würde dir glaube ich nicht allzu viel Spaß bereiten. Ja, erster Durchlauf, den muss man auf jeden Fall genießen. So, den müssen wir mal hinterher dem Kollegen hier. Wunderbar. Kennst du es ja von früher? Ja, mehr oder weniger kennt man es von früher, ne? Da hast du schon recht. Okay, wir müssen hier weg. Die explodieren. Die Kollegen explodieren nämlich jetzt. So. Ja, so oft habe ich nicht durchgespielt, aber auch schon einige Male. und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. weiter geht es. Wir folgen dem guten Red 13 quasi. da hier kommen, es gibt man, ich muss unbedingt rauskriegen, wann wir richtig skippen können und wann nicht. So, hier haben wir jetzt nochmal einen kleinen, ähm, ja. Ne? Hier, äh, ja, sind wir noch ein bisschen langsamer unterwegs. Ja, so in etwa, ne? So, jetzt kippen wir halt einfach nur um, machen ein bisschen Haia Bubu und sind in Kapitel 17. hier müssen wir erst mal mit Eris reden. So, dann reden wir nochmal mit ihr. Dann schalten wir mal den Fernsehen ein. Und dann machen wir uns mal hier raus. Wollt ihr gerade echt ins Bad laufen mit, äh, Red 13? Komische Vorlieben hat unser Barrett. Naja. Egal. Ihr Ziel ist also das Dach, richtig? Wir sollten den Fahrstuhl versuchen, den Hojo benutzt hat. Wir sollten vieles versuchen, mein Freund. Geht es hier lang zum Fahrstuhl? Ja, ich kann den Mistkerl noch riechen. So, hier brauchen wir ja zum Glück nicht, äh, zu heilen. Die Behälter, sie sind alle leer. Er schwand nichts Gutes. Mir auch nicht. Und wie? Na, mit Muskelkraft. So, wir haben hier jetzt aber erst mal ein bisschen was zu tun. Tschüss. So, weiter geht's. Nee, wir gehen hier lang. Hinten kommen wir ja nur zur, äh, VR-Kiste. Da wollen wir gar nicht hin. denn wir wollen hier runter. Also, was heißt wollen? Wir müssen hier runter. Mhm. 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 Ja, ich wünschte, es würde so einfach gehen, Barrett. Ich wünschte, es wäre so einfach. Leider ist es das nicht immer. Ich muss hier weg. Ähm, Palim, 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 Palim. Bin ich blöd? Blöd oder blind? Scheiße. Egal. Ich hätte hier den, äh, das Kapitel habe ich nicht geübt, um ehrlich zu sein. Das habe ich nie, äh, getestet. Da muss ich mir jetzt quasi was einfallen lassen. Da quasi auf Good Luck durch. Bin mir auch nicht sicher, welche Encounter hier zu machen sind und welche nicht. Den hätten wir skippen können, also den Encounter müssen wir nicht machen. Also, bis wir auf Red, ich glaube, wir treffen doch jetzt hier Red 13, oder? Oder, oder, oder? Ja. Wunderbar. Bis wir auf Red 13 treffen, müssen wir also nicht, äh, treffen. Treffen müssen wir nicht kämpfen. Wunderbar. Hier geht's, Rova. So, Red kann uns hier wenigstens helfen. mit dem Hebel da drüben könnten, das müsste sich arrangieren lassen. Na dann auf, mein Freund. Also, ohne Red werden wir verloren. Kannst du sagen, was du willst. Ohne den werden wir verloren hier. Mache ich, mache ich. Walze, Sektion 1, okay. So. Junge. So, wir würden das Ding eigentlich schon mal gerne kaputt machen hier. Okay, das ist wirkungslos. Ja, ich glaube, Vollgas ist jetzt nicht so die beste Wahl, ne? Oder doch? Kann man machen. Degi. Gönn dir. So, machen wir die jetzt auch erstmal down. So, machen wir die Motte auch erstmal kaputt. Perfekt. Damit hätten wir es. So, der gute Hojo spielt nämlich ein bisschen mit uns. Ne, ne. Na, du bräuchst mal wieder deine Pfoten, mein Freund. Oh je, wir müssen dem guten Red jetzt ein bisschen helfen. Achso, ne. Müssen ihm doch nicht helfen. Aber wir würden gerne hier rüberkommen. So, da sind die Mädels. Mit denen können wir aber nichts machen. was hat sie gesagt? Wir sollen zum Telefon gehen. Dieser Pisser. So, wir dürfen hier wenigstens tiefer spielen. Das macht schon mal am meisten Sinn. Oder ergibt am meisten Sinn, dass wir sie nehmen. uns geht's gut. Das ist vermutlich der Eingang zu Sektion 3. Hm. Ja, okay, wir können hier rüber. Ja, perfekt. Das bringt uns aber halt nix, weil wir hier nicht weiterkommen. Wir müssen da jetzt den Strom hin umleiten. Ja, ja, wir kommen jetzt rüber. Ja, vielen Dank. Ich schwätze zu viel Cloud. So, die Männer-WG ist wieder unterwegs. Als erstes müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie wieder unbeschadet rauskommen. So, wunderbar. So, der gute Red darf mal wieder zeigen, was er so kann. Und darf hier mal rüberdüsen. Ach, hier ist nix, ne? Ach, hier ist nix. Scheiße. Habt's vergessen. Ja, ja. Naja, wir wollten den Schalter hier. Und die Nummer 3 müssen wir einschalten, war das. Die Nummer 3. Tifa und Eris waren vor Sektion 3, oder? Vier Hebel. Für die vier Sektionen in der Walze. Was passiert? Hm, was wohl? Wir leiten den Strom um. Was meinst du wohl, was passiert? Ja, Mann. Mensch, ey. Wie die einen hier bevormunden, die zwei. Das sind wahrscheinlich versucht Objekte von uns. Danke. Wir sehen's uns an. Na, dann ab dafür. Äh, hallo? Jetzt. Wunderbar. Holy moly. Haben die sich auf Schnauze gelegt, Junge, die Viecher. Experimente? Alkawekratz mit Sicherheit nicht tiefer. Ah, ja. Die süße tiefer. Ja, er schreckt dich nicht. Der will nur spielen, der weiß nicht. So, war geil. Schon mal nem Hund in die Schnauze gehauen? Tiefer schon. Tiffa-Verklopfhunde. Ja, komm. Ernsthaft? Wir haben nicht getroffen? What the fuck? Junge. Was ein Drecksköter. Bringt der da einfach vor dem Volga weg? Ich glaub es nicht. Ich glaube, es hackt. Kannst du doch nicht machen, ey. So, den verbrennen wir auch jetzt gleich. Easy. Dieses schön gewonnen. Ich wüsste mal gern, wer da drauf gekommen ist. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich finde das so schlecht. Hallo? So, hier sind wir wieder draußen. Da oben können wir lang. Ja, ja, ja. Laber, laber, laber. Hm, ob das gut geht, wenn wir mit zwei Leuten über das Rohr balancieren? Ich weiß ja nicht. Hm, was könnte da jetzt wohl passieren? Ich weiß ja nicht. Hupsi, war runtergefallen. Jetzt treffen wir noch nicht mal. Hallo? So, komm. Zünden wir ihn mal an. Auch Bruchtouren machen wir mal. Wunderbar. Meine MP gehen zu Neige. Wir müssen uns auf jeden Fall heilen. Müssen uns mit den Mädels mal kurz hinsetzen. Anders geht's nicht. Und hinter uns geht die Tür zu. Wer hätte es gedacht? Definitiv. Also, es wäre da, Mensch. Hm. Hinten? Nee. Bin ich gerade überfordert, wo wir hin müssen? Hier auf jeden Fall nicht. Scheiße. Bin ich doch falsch gelaufen. So eins misst. Ja, das nervt auf jeden Fall. So. Wunderbar. Ja, ja, alles gut. Immer mit der Ruhe, ne? Äh, Eris? Ja, du bist jetzt mal dran. Du könntest einfach mal helfen. Eris. Ja, machen wir das mal auf tiefer. Wunderbar. Wie gesagt, wir müssen die Mädels auf jeden Fall heilen. Okay, haben wir erst jetzt gleich die A-Karte mit den Viechern, oder? Ne, wir können hier rüber. Wunderbar. Ja, wir wechseln die Gruppe. Wunderbar. Ja, 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 alles gut. So, brauchen wir was. Wir müssen jetzt erst mal die Nummer zwei bestromen. Sonst kommen wir nämlich nicht weiter. So, das heißt, wir können jetzt hier rüber springen auf die Nummer zwei. Ja, wir brauchen, wir müssen uns ausruhen. Anders geht's nicht. Ich glaube, hier kommen nämlich jetzt mehrere Kämpfe und, ähm, da sollten wir schon volles Mana haben. Oh, come on, Spiel. Stell doch Charaktere nicht in Laufwege. Da fühlt man sich ja fast wie bei Skyrim. Genau. So, hier haben wir jetzt den ersten Testplatz. So, wunderbar. Weiter geht's. Ich hoffe doch sehr, dass ihr gut amüsiert. Ne, das ist, äh, kugelsicher, mein Freund. Da schießt du, glaube ich, auf nix. Nicht, du könntest das kugelsichere Glas zerkratzen. Die Begegnung mit ihnen scheint ihn nicht merklich beeinflusst zu haben. Ey, wo willst du hin? So, weiter geht's. Ich weiß nicht gleich. Ab zum nächsten Kampfraum. Kampfraum. Ja, ja, alles gut. So, mal gucken, ob wir jetzt mehrere erwischen. Wunderbar, ja. Das war das. Das war geil. Alter, das war ja mega gut. Wenn du uns lässt, sehr gerne. Also, nicht nur er, sondern auch die Kamera muss uns halt lassen. Ja, ja. Der Kack. Der Dreck hier. So. So. So, der ist schon mal kaputt. Joho. Okay, ab durch hier. Und hoch zu unserem Kollegen. oder zu unserem Freund. So, wir verfolgen Hojo. Sollten ihn auch gleich kriegen. Das ist kein Krankenhaus. Nein. Das hier ist einfach nur krank. Scheiße, das hat nur Blitz gemacht. Scheiße. Junge, das war viel zu hell. Folger auf. Obwohl, ne, hier brauchen wir auf jeden Fall Cloud. Öh, hallo. Weil mit Cloud können wir nämlich jetzt gleich allerhand Schauber nachmachen. So, wir machen... Alter. Äh, Spiel, ich würde hier gerne mal ganz kurz weg. Ja, suchen wir uns mal was da mittendrin aus. Äh. So, jetzt sind wir zumindest erstmal wieder hochgeheilt. Wunderbar. Das war schon mies hart. Oh, Gott. Kommen wir auch mal ein Telefon? Ja, jetzt schwätzt nicht so viel, Mann. Was jetzt? Ja, wir haben die, die... Oh, das mit dem Telefonieren und so weiter, das kriegen wir erst später, so gesehen. Da können wir auch nochmal runter. Na komm, beweg dich. Hier können wir den guten Red einmal rüberschicken. Damit wir dann den anderen Bescheid sagen können. Da drüben ist ein Funkgerät. Lasst uns die Mädels fragen, ob sie zum Kontrollterminal kommen. Ja, hoffentlich doch. Hey, alles okay? So, wir müssen jetzt erstmal dem guten Red helfen. Shit. Sprech mir tiefer. Ja, guter Plan. So, Red hat nämlich jetzt einen Arsch voll Arbeit. Red ist nach unten gestürzt. Kommt ihr vielleicht zu. Der Ärmste, schnell zu ihm. So, wir müssen jetzt... Mist. Ja, verdammt. Wunderbar. So, da unten kommen wir gleich zu Red 13. Ich gehe mir nie auf. Geil. Haben wir aber ordentlich eine verpasst, ja? Haha, geil. Sehr gut. So, der gute Red hat schon ordentlich einstecken müssen. Wunderbar. Wunderbar. Hätten wir das auch geschafft. Da ist die drei. Da ist die drei. Und da kommen wir. Hoppala. Dann müssen wir nämlich nochmal hier ein bisschen rüber. Hier. Genau, Red kann uns nämlich dann jetzt hier unten helfen. Das war mir doch, oder? Ja. Ja. Perfekt. Und dann können wir nämlich rüber. Also dann können wir nämlich da freimachen. Wird erledigt. Na komm. So, heißt, wir können hier rüber. Seht mal, ein Fahrstuhl. Den Fahrstuhl wollen wir jetzt aber nicht, ne? Hallo? Ja, auf was? Wir haben unsere Rolle anscheinend noch nicht völlig erfüllt. Ich kann diesen Hujo echt nicht ausstehen. Es ist nur noch Sektion vier übrig. Hm. Und die schalten wir jetzt frei. So. Wunderbar. So, wir schalten Sektion vier frei. So, wir initiieren wieder den Wechsel. Aber er ist momentan vermutlicher Tod. Sieht so aus. Die Tür müsste... Verstanden. Wartet, wo ihr seid. Dann, lass uns mal zurück zu der Tür gehen. Obwies. So, ich wüsste halt auch nicht, was wir sonst hätten machen wollen. Genau, geheilt hatte ich ja. Wunderbar. Ach man, ich liebe Barrett einfach. Ich liebe sie eigentlich alle. So, jetzt wird's hier nochmal recht interessant. Und, äh, ziemlich lustig. So, jetzt haben wir jetzt mal das Problem hier mit ihm. So. So. So, Le. Und das war das Kacke-Fiesch. So, dann gehen wir mal die Jungs abholen. Massen wir die mal rein, schmeißen denen das Ding fast auf den Kopf. Da müssen wir jetzt noch draufdrücken, dann kann auch der Fahrstuhl kommen. So, wir folgen jetzt dieser komischen, unheimlichen Suppe auf dem Boden. Was ich halt niemals im Leben machen würde. So ein Kran hinterher. Hm. Let's go. Wir düsen mal hierher. Können wir nicht skippen? Da oben sind nur noch das Büro des Direktors und das Dach. Hm. Stimmt, wir laufen ja in die Suppe rein. Warte! Ach, ne, was? Wenn wir da, bist du sicher? Mit dem Fahrstuhl, wenn du noch was erledigen willst, tu es jetzt. Ich bin bereit. Wir fahren nach oben. Lasst uns gehen. Erstmal eine coole Pose einnehmen. Klar, warum auch nicht? So, wir haben ja alle Zeit der Welt. Diese Musik. Einfach unfassbar geil. Wunderschön. Was Schöneres gibt es kaum. Mit dieser Musik. Wo ist der verdammte Direktor hin? Der hat sich versteckt. Wartet. Ich höre es. Der hat sich versteckt. Oha, wir sind ziemlich lädiert. Da heilen wir einmal ganz kurz. Aber natürlich ist da jemand. Aber niemand, der dir helfen will. Das ist uns auch egal. Ich halte es auch nicht mehr aus. Also von daher. Ähm, wir gucken mal ganz kurz. Ja, das funktioniert sehr gut. Ja, wir probieren mal den Tentakel jetzt erst zu zerstören. Wir können mal ganz kurz gucken. Feuer. Gut, Feuer bringt zumindest den Schock relativ schnell. Ja, okay, da war, äh, Dings. Ja, klar. Erstmal die Tentakel zerstören. Wunderbar. Genau so machen wir das. Hm, ja, stimmt. Wir können auch mal mit ihr nochmal. Äh, Blitzkar. Können wir nämlich dann doppelt machen. So, wunderbar. Jetzt gleich kommen wir nämlich in den, ähm, in die zweite Phase. Genau jetzt das hier. Ähm, Aerys hat ja Regena auf Cloud. Cloud hat, ähm, Magie, Blitzkar. Ja, die sind schon weg. Doch, da haben wir noch einige getroffen. Äh, ich komme nicht weg. So, erstmal die Tentakel wegmachen. Ja, wunderbar. Ja, kurz versteinert. Genau in dem Moment, wo es wirkungslos ist. Ja, ja, klar. Magie kann man gerade nicht wirken. Ja, ist ja immer egal, auf welchen Tentakel. Ob es aber wir treffen ein paar. Ja, umso schneller geht's. So. Volga. Magie. Volga. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Wir haben Iris gekillt. Gegenstände, äh, Phönixfeder, Iris. Jetzt können wir das Ganze machen. Ähm, ja, wunderbar. So, jetzt geht's aber eigentlich eher mal nur in die nächste Farbe. Und zwar Phase Nummer 3. Mega hässliches Kackeviech. So, ich bräuchte. Bitte. Weiß gar nicht, ist er angreifbar? Ja, ne? Ähm, shit. Ja, wir brauchen auf jeden Fall, warte mal. Gegenstände, äh, Aether auf Cloud. So, das ist nämlich Double. Ja, wir können nichts machen. Okay, wir gehen hin. Äh, Tifa könnte aber schon mal mit, äh, Volga nochmal reingehen. Ich bin bereit. Fertigkeit, Ende mit Schrecken. Äh, badabada, badabada, so. Na komm. Ja, Nova Pulse macht mich echt fettig, das kacke Arschlochvieh. So, wir sind jetzt alleine. Und jetzt wird's auch super duper mega krass interessant. Die nächsten Kämpfe werden halt auch wieder super ätzend und super schuftig. Ich glaube, Kapitel 17 dauert schon fast am längsten dann. Ähm, wir folgen jetzt erstmal Sephiroth. Und zwar klettern wir dafür jetzt erstmal hier hoch. Und dann nachher wieder runter zu klettern. So ein Ding ist das. Aber ich brauche dafür auf jeden Fall eine andere und, oder eher gesagt, eine bessere Strat. So. Dann gehen wir mal zu unserem Heli, damit wir nach Hause kommen. Aber irgendwie klappt das wahrscheinlich wieder nicht, ne? Okay. Oh je. So. Geben wir dem Buffy mal ein bisschen das, was er will. Weiß gar nicht, was macht denn das hier für die beiden. Strom ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Ach, Quatsch. Können wir nicht wegdrücken. Tod Ernst. Wunderbar. Ich wäre ja da weggegangen. Hm. Der lasert nämlich ordentlich, der Kollege. Sehr schön. Hab mich echt gefreut. Mist los geht's. Komm noch was. Bring es mit auf. So, da ist dein Drecksköter schon mal down. Jetzt kümmern wir uns nur um dich, mein Freund. Du bist duell. Hm. 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 Lass es uns unvergesslich machen. Hm. Lass also endlich ernst. Kannst dich geehrt fühlen. So, gönnt ihr den hier. Ich bin bereit. So, wir können hier leider nicht allzu. Hauptsache voll reingesprungen. Keine Chance. Was? Tanzen. Ich bin bereit. So, da können wir nämlich ein bisschen mal was anbringen. Ja, wir müssen ihn mit Blitz und Donner treffen, dann äh. Also Blitz und Donner mit äh, Blitzka. Dann können wir da ein bisschen was anbringen. Alter. Genau, komm ruhig her, mein Freund. Oha. Der hat aber richtig gut gesetzt, meine Freunde. Der war ja mal richtig geil. Gut, der hier ist jetzt ein bisschen scheiße, aber, äh, was willst du da machen? Ähm. Wir gucken mal ganz kurz, was Folger macht. Und dann gucken wir uns gleich mal an, was Blitzka macht. Ah, stimmt, den Schwachbomben müssen wir machen. Wunderbar. So, den Kollegen können wir aber auf jeden Fall schon mal machen. Na komm, dann geben wir mir da mal Folger rein. Haha. Oha. Maschallah. Da hat Red aber mal ordentlich Gas gegeben, hä? Was passiert, ja? Okay, Aeris könnte mal Blitzka auf das Abwehrmodul machen. Und wir theoretisch... Ja, wir warten. Scheiße. Go, 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 go. Mist, das haben wir auch nicht mehr geschafft. Schade. Autsch. Aeris könnte jetzt auf den... ...Schwachbock da mal ballern. Wunderbar. Da können wir auch mal Feuer draufknallen. Wunderbar. Aeris könnte unsere MP aber wieder auffüllen. Das wäre eigentlich ganz gut. Bin mir da gerade gar nicht sicher, was... Ja, das bringt glaube ich nicht allzu viel, ne? Oder was bringt das? Komm, gib mir schon das eine MP. Autsch. So, wir können doch mal... Was können wir beschwören? Ne, scheiß drauf. Magie, äh... Blitzka. Komm. Komm. Magie, äh... Folger. Was haben wir eigentlich als Beschwörung? Ja, wir haben Shiva. Dann holen wir uns Shiva. Sehr geil. Wie warten wir, äh... Oder habe ich es schon lange nicht mehr benutzt? Ispaar-Fähigkeit. Äh... Ja, ist eigentlich fast egal, ne? So, na komm. So, den würde ich gerne mal in den Schock kriegen. Den Kollegen da vorne. Genau so habe ich mir das nämlich gedacht. Na komm. Jetzt müssen wir ein bisschen was anbringen. Definitiv. So. Shiva macht das schon. Wunderbar. So, Shiva hat das erledigt für uns. Das ist schon mal sehr schön. Und damit werden wir in Kapitel 18. Und damit können wir alles skippen. So, das Minispiel dürfen wir nämlich auch überspringen. Das ist ganz schön. Das müssen wir nämlich nicht machen. Den Schrott. Wäre auch zu schön, wenn wir den Scheißdreck noch machen müssten. Ich finde das so super ätzend. Dieses Minispiel. Das braucht halt kein Mensch, ne? Also es hat Spaß gemacht damals. Ja, ganz klar. Aber das hier braucht doch kein Mensch. So, dann lasst uns mal den letzten Weg antreten. Ja, wir gehen. Oh, Tifas Blick auch so. Das ist auch so mega geil. Okay, let's go. Wir sind auf dem letzten Stückchen hier. Endspurt, liebe Freunde. Und Ronada. Oh, ich will mehr hier vorne. Vor allem, ich will mehr Luftkämpfe haben. Wie viel mehr Luftkämpfe brauchen wir? Ja, natürlich lebe ich. Was denkst du denn? Neut mich so. Ja, das sind auch Meure. Wo findet man das Schwert für Cloud, das du benutzt? Äh, ich glaube, das kriegst du in Kap... 15... Ne, zwischen Kapitel 14 und 16, glaube ich. Ich glaube, zwischen Kapitel 14 und 16. Ich bin mir da jetzt etwas unsicher. Das, ähm, du kannst Fragen stellen. Sehr schön. Alter, komm ab in die Offensivhaltung und dann ab dafür. Junge, noch nie hat mich die Meure so aufgehalten, ey. Ich sag's dir. Die Meuren sind halt mega ätzend. So, hier werden wir jetzt einmal ein bisschen kurz weggeblasen. Und jetzt müssen wir nämlich erst mal hier Gas geben, dass wir da, äh, hinterher kommen, weil hier jetzt alles beginnt auseinander zu fallen. Die Welt fällt auseinander. Renn, 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 renn! Na, komm. Ach, Quatsch. Ich vergesse das immer. So, jetzt gleich starten wir aber nochmal mit Blitzker auf alle rein. Ich weiß, zwei Meuren werden dadurch eher, oder eine Meure wird dadurch, ja, die Hauptmeure wird sogar dadurch geheilt. Aber die anderen halt nicht. So, Barret, Magie, du kannst Folger auf den da machen. Und dann gehen wir auch, glaub ich, wieder auf Sida direkt drauf. So, jetzt kommt der Kollege wieder an. Ja, uns bleibt nur die Flucht. Nichts anderes. Oh, ich hasse es, wenn es im Auge gekillt hat. Kennt ihr das? So, da hätte ich ein bisschen Schaden raushauen, aber, äh, das bringt nix. ATB bringt es leider auch nicht. Naja, kann man nix machen. So, wir kämpfen wieder gegen die Meure. Äh, Barret, hast du auch? Ja, ist Blitzker, komm, ruf da. Warum auch nicht? Gut, tiefer hätte jetzt Icecar. Ne, tiefer? Oder Dings? Wunderbar. So, wir sind voll. Das ist schon mal sehr geil. Wir machen jetzt mal ordentlich Damage hier. So, und jetzt gleich können wir anfangen, hier an diesem Riesenviech, äh, Damage anzufahren. Hm. Was heißt geschafft? Am Arsch. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, liebe Freunde. Das wird noch richtig knallen, hier. Das wird noch richtig knallen, hier. Die Realität, die wir zur Zerstörung erschaffen haben. Hm. Na los, komm schon. Na komm. So, das Ganze noch mal. Wie machen Sie das? Das ist wohl der eigentliche Gegner. Hm. Kümmern wir uns erst um die? Auf jeden Fall. So, Gegenstände Barrett kann's uns mal ein älter geben. So, wir kloppen die Mäure jetzt erstmal richtig mies down. Dann kloppen wir jetzt erstmal weiter drauf ein. So, wunderbar. Das muss nämlich da oben krachen. So, wunderbar. Jetzt kloppt man nämlich hier weiter drauf. So, hauptsache Schaden anbringen. Das ist das Wichtigste. Das ist wichtig und richtig. So, die beiden bekommen Meteor zu sehen. Eine mögliche Zukunft, ja. Die Zukunft ist offen. Hm. Vielleicht schon wieder. Wir brauchen einen neuen Plan. Teilen wir uns auf. Wir bekämpfen sie gleichzeitig. Hm. Okay. Ich übernehme das Riesenteil. Barrett übernimmt den Größten. Das gefällt mir gut. Das ist sehr geil. So, wir können die nervigste Mäure auch wirklich als erstes besiegen. So, Gegenstände. Äh, ETA. Naja, ist auch egal. Tifa kann schon mal mit Folger reinballern. Eris kann auch schon mal mit Folger reinballern. So, komm. Machen wir den jetzt erstmal richtig schön down. Wunderbar. So, machen wir jetzt erstmal eine nach der anderen Platt. Magie, Eiska auf See, genau. So, erstmal eine kaputt kriegen. Da können wir nämlich jetzt richtig reinhauen. Und dann kann Barrett nämlich ordentlich Damage anbringen. So, ein bisschen Schaden müssen wir noch. Die beiden hauen ihre Limits da raus. Wunderbar. So, und das Ganze machen wir jetzt mit den anderen Mäuren auch noch. Und dann war's das. So, die ist jetzt auch schon down. Wunderbar. Folger auf See. Wunderbar. Da kriegen wir... Alter, wir kriegen die sogar noch richtig krass down. Das heißt, wir haben jetzt gleich fast gar nichts mehr zu tun bei der letzten Mäure. Sehr geil. Und auch wir bekommen nochmal eine weitere Vision. So, das ist auch direkt kaputt. Wunderbar. Da hauen wir jetzt richtig rein. Das mächtige Overkill. Sehr geil. Allerdings haben wir jetzt nochmal hier diese Mutter aller Mäuren, die wir nochmal besiegen müssen. Auf jeden Fall geschafft. Genau. Easy. So, kommen wir nun zum eigentlichen Kampf. Der am meisten Spaß macht hier. Hm, zwei dumme einen Gedanken, oder was? Ja, ich hoffe, der steht auch mehr auf Blitzka. Wunderbar. Und wir sind im Endkampf gegen Sephiroth. Ein bisschen Schaden anbringen. Ansonsten ist das alles sehr langweilig. Okay, da kommt der schon. Easy. Ich vermisse mich doch immer, mein Schatz. Ja, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber okay. So, wir können da nochmal ordentlich Damage anbringen. Sehr gut. So. Und los, definitiv. Ich bin bereit. Ich lege los. Jetzt bist du dran. Das war wichtig. So, machen wir mal ein bisschen Damage wieder. Sehr geil. Oh, da hätte er fast gewonnen, ne? Boah, nur fast. Okay, mal kommt Barrett, mal kommt tiefer. Auch sehr geil. Heute hatte ich ja eigentlich schon mal tiefer gehabt. Aber, jetzt Barrett, das gefällt mir auch sehr gut. träumst du nachts von mir. So, wunderbar. Magie. Ich kann auch nochmal Blitzke anbringen. So, er geht jetzt eh nochmal da rein. Und dann können wir den Limit nämlich gleich anbringen. Wenn wir Glück haben, können wir sogar mit dem Limit äh, finishen. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hab immer Spaß, Junge. Mit dir doch immer, mein Schatz. Ist er tot? Wunderbar. So, sobald nämlich Sephiroth, äh, besiegt kommt. Fertig. 5,28. Geil. 3,2. 4,2. 6,2. Untertitelung des ZDF, 2020